Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbar gut gelaunten neuen Ausgabe vom Stonewalls.de Lego News Podcast. Mit mir dabei ist Rick in freudiger Erwartung auf meine wunderbare Anmoderation. Hallo. Hallo. Ja, ich habe nämlich gelernt, dass wir, also von professionellen Podcastern, das ist total toll, dass man am Anfang so eine kleine Inhaltszusammenfassung macht. Deshalb, wir werden diese Woche mit euch über die folgenden Themen reden. Zum einen sprechen wir natürlich wie immer über die ganzen Kommentare zur letzten Folge und auch andere lustige Kommentare und spannende Kommentare, die es gab. Wir haben wieder ein paar Schnäppchen für euch, obwohl es diese Woche nicht mehr so dolle aussieht. Wir sprechen ein bisschen über das Lego Ideas Baumhaus. Wir sprechen über ganz, ganz viele Games, teilweise Mobile Games, teilweise größere Spiele von der E3 zum Thema Lego. Dann geht es etwas fachfremd um eine Hubelino-Kugelbahn. Es geht um Bares für Rares, es geht um die Lego-Ikea-Kooperation und am Ende natürlich die zwei großen Themen, das neue Jurassic Park-Set, was da vorgestellt wurde, T-Rex Rampage und den neuen Lego-Katalog vom zweiten Halbjahr 2019. So Rick, habe ich das jetzt souverän wegmoderiert? Das hast du super gemacht. Jetzt müssten wir hier nur noch ein Intro einfügen, wo irgendeine wundervoll sexuell aufgeladene Dame haucht, wie wir heißen. Und dann... Genau, ja, das mache ich jetzt ja auch noch. Also das kommt dann jetzt. Ach, du bist die sexuell aufgeladen. So, das Intro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schneide ich jetzt vor, also rückwirkend vor jede alte Folge. Fremdscharm, Fremdscharm. Ja, schlimmer als letzte Woche kann es einfach nicht mehr werden. Da muss ich direkt mal anfangen. Vielen, vielen lieben Dank für die herzlichen Glückwünsche, die sehr, sehr zahlreich kamen. In verschiedensten Varianten wurde mein Name auch wieder verhohne piepelt. Finde ich sehr, sehr... doof. Gern geschehen. Und, äh, ja, äh, Lukas, dir viele Grüße, soll ich die ausrichten? Stand in den Kommentaren. Danke, ja, hab ich regelmäßig gelesen. Hab dann auch gedacht, Kommentar freigeschaltet, ja, danke. Freue ich mich, wenn Rick mir die dann ausrichtet. Ah, ja, ähm. Du hast ja auch letzte Woche... Genau, ich will direkt am Anfang, kurz bevor wir irgendwas anderes machen, sonst ver... sonst vergesse ich das nämlich. Das wäre jetzt so eine gute, gute Überleitung gewesen. Die war, ich war so auf dem Weg zur Lady Liberty, sowas von, und er grätscht mir rein und fällt mich... Ja, das war jetzt, das liegt jetzt tatsächlich an den Verbindungsproblemen, die wir heute ein bisschen, äh, leider haben. Ähm, die ich ja eigentlich ignorieren wollte, aber jetzt muss ich das ja mitteilen. Ähm, ja, also es ist, wir haben irgendwie heute eine komische Verzögerung drin. Ihr kriegt das nicht mit, außer, dass wir uns vielleicht zwischenzeitlich mal mehr reinquatschen als sonst. Ähm, ansonsten, so schneiden wir die Spuren so toll zusammen, dass es alles perfekt klingt. Ähm, ja, du hast letztes Mal einen Aufruf zur Lady Liberty gemacht, äh, die ja schon in, äh, Europa in, äh, einem Discovery Center gelandet war und in Amerika bereits verfügbar war. Hat sich da was geändert? Genau. Ähm, ich bin mir nicht sicher tatsächlich, ob es noch verfügbar ist in Berlin, aber ich hab meine. Nämlich, vielen Dank an Patrick. Der hat mir eine zugeschickt, ähm, ähm, der hatte die irgendwie zweimal und hat dann eine, äh, mir, mir zukommen lassen. Vielen Dank dafür, äh, dass du die Mühe gemacht hast, das Ding zu verschicken. Klasse. Ich hab's nur noch nicht aufgebaut, weil ich sie heute erst bekommen hab, aber, ähm, sie ist da. Danke. Ja, cool. Und, Rick, ich weiß, also, ich, ich, ich höre das jetzt nicht mehr in der alten Folge nach, aber Rick behauptet ja, er hätte in der letzten Folge gesagt, er hätte auch gerne eine. Leute, stimmt das? Habe ich das vergessen? Ich, ich, bin nicht einfach geduldig. Ähm, übrigens Heinzelmännchen, äh, schrob, dass die Lady, Lady Liberty, ähm, schon nach Stunden ausverkauft war im, äh, Discovery Center in Berlin. Ja, ich weiß natürlich nicht, wann die, wann da jetzt neue kommen. Ich hab auch gehört, dass angeblich in Oberhausen, die jetzt doch früher welche kommen sollten, obwohl mir gesagt wurde im August. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ruft mal bei euren Discovery Centers an, fragt mal nach. Ansonsten denke ich, ab August gibt's die dann auch überall. Und, ähm, ja. Ich, äh, hoffe, ich kann meine jetzt, äh, nach dem Podcast noch aufbauen. So, so Brickheads gehen immer so schön zwischendurch. Ja. Ja, wir hatten, äh, wir hatten, äh, auch noch eine, ähm, Rückmeldung von Monorail, Manfred, super Name. Ähm, schön Alliteration auch. Ich liebe Monorail, genau nach, äh, hier, wie Löt durch Ludwig und, ähm, wie heißen nochmal die, die Charaktere aus dem Neo Magazin Royale? Ähm, ähm, Photoshop Philipp? Egal. Ja, Photoshop Philipp war ja der Erste. Ja. Und dann gab's aber tatsächlich auch, glaub ich, irgendeinen Manfred. Lauter so Techniker, die gab's mal in irgendeinem Sketch. Egal. Aber Monorail Manfred ist perfekt. Finde ich super, ähm, der hat sich ein bisschen über Übersetzung, äh, aufgeregt. Ähm, jetzt hab, äh, ich tatsächlich die gleichen Probleme, die du eben angesprochen hast, auch und höre dich nicht mehr. Aber ich sehe dich reden. Ähm, das ist schade. Du hörst mich wirklich nicht mehr? Ähm, ich hab dich eine ganze Weile, also bestimmt vier, fünf Sekunden, ähm, nicht gehört. Hab gedacht, ich könnte reden. Okay. Und, ähm, dann sah ich aber, wie dein Mund sich bewegte. Aber es kam nichts, nicht mal ein Rauschen bei mir an. Deswegen hab ich einfach weitergeredet. Mensch, läuft bei uns heute. Ja. Nicht. Ähm, ähm, Monorail Manfred auf jeden Fall hatte sich ein bisschen über, ähm, äh, unglücklich übersetzte Setnamen nochmal, äh, echauffiert. Fand ich, ähm, sehr nachvollziehbar. Ähm, fand ich auch ein bisschen, äh, lustig, ähm, weil er da die Nutzung von Google Translator, ähm, auf Latein und dann auf Deutsch, äh, unterstellt hat, was durchaus ein, 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 ein mögliches Ziel gewesen wäre. Ja, das ist realistisch. Ja. Ähm, ähm, ich merke schon wieder, ich, 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 ich rede schon wieder keinen flüssigen Satz. Das ist schon wieder sehr traurig. Wir hatten uns geeinigt, das Thema nicht anzusprechen. Nee, das Thema nicht. Wir hatten uns, ähm, nein, du hast recht, aber mir fiel das nur gerade jetzt spontan ein, dass, äh, ich keinen Satz gerade ausreden kann. Ja, Gott, äh, man kann es nicht jedem recht machen. Ich sag das einfach mal so. Ähm, genau. Letzte Woche gab es wieder Spotify-Probleme übrigens. Da haben uns, äh, mehrere Leser, beziehungsweise Hörer drauf aufmerksam gemacht. Ähm, ja, es ist leider immer wieder eine Krux. Spotify ist sau unzuverlässig, was das Abrufen von dem Podcast-Feed angeht. Sorry dafür. Manchmal funktioniert es einfach auf Spotify nicht. Ich weiß nicht, warum. Mittlerweile ist die letzte Folge auf Spotify. Ich schreibe dann immer eine Mail. Ja, Leute, ist schon wieder nicht da. Und irgendwann kümmert sich jemand drum, aber vielleicht auch erst vier Wochen später. Der Support ist da echt nervig. Ähm, ich kann da nur sagen, wenn es auf Spotify nicht läuft, dann irgendwie, also entweder müsst ihr dann irgendwie iTunes euch holen oder im Browser hören, direkt im Blog, keine Ahnung, oder halt warten. Es ist nervig, aber wir können es, also ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Wenn da jemand Profi-Podcaster da draußen ist und einen Tipp hat, immer her damit. Ähm, ja. Aber ich habe das schon von mehreren Leuten gehört, dass es dieses Problem gibt. Ähm, tatsächlich, äh, ihr könnt ja unseren Feed, der ist ja sowieso kostenlos, äh, verfügbar und, ähm, verlinkt auf der Podcast-Seite auch. Ähm, und den könnt ihr in jeden Podcast-Catcher, den ihr auf euren Geräten benutzen wollt, ähm, einfügen und dann, ähm, könnt ihr den Podcast auch hören. Die meisten funktionieren sogar so, dass, ähm, ihr nicht mal den Feed kopieren müsst, sondern irgendwie in Podcatcher, äh, einfach euch runterladet auf euer, ähm, Gerät der Wahl und dort in der Suche nach Stone Wars sucht. Und dann findet ihr uns auch dort und könnt uns da zu eurem Podcast, ähm, Abo hinzufügen und dann darüber hören. Ähm, ähm, es war gerade, ähm, von Andreas hatte ich das gehört, ähm, er hat eine Flatrate, was Spotify angeht, ähm, was für ihn dann mobil halt sehr, sehr, ähm, praktisch ist. Da hilft es dann wahrscheinlich einfacher, einfach das nur, ähm, vorab runterzuladen, während man noch im heimischen WLAN ist, eben, wie gesagt, auf dem Podcatcher und, äh, so dann diesen mobilen Download zu überspringen. Das wäre so meine Alternative. Ja. Stimmt. Ähm, du sagst so aus, als wolltest du was sagen, deswegen hab ich, äh. Nee, ich lese tatsächlich gerade hier die, noch die Kommentare zur letzten Folge, ähm, das ist halt wieder, viele sind sehr lang, da brauchen wir einen eigenen Podcast, um die vorzulesen. Ich freue mich da immer total drüber, aber dann, ähm, hier, dann das schön zusammenzufassen, in, äh, kurze, kurze Zusammenfassung ist nicht ganz so leicht, also, ähm, ähm, Cassiopeia wünscht sich, dass wir mal einen Beitrag zum Thema Minifix-Scale oder insgesamt Scale von Sets schreiben. Ja? Ähm, Rick? Ich muss unbedingt wissen, äh, ob Cassiopeia auf, äh, dem Sternenbild oder auf, äh, der, ähm, der, der Schildkröte von Michael Ende, ähm, basiert. Ähm, die Frage, äh, ist mir nämlich sehr wichtig und ich finde diese Anregung zum Minifix-Scale sehr, sehr, äh, gut. Würde ich tatsächlich, äh, mal irgendwann in Betracht ziehen. Ja, also das ist eine sauwichtige Frage, die du gestellt hast. Sonst könnte ich auch nicht mehr schlafen, wenn ich das nicht wüsste, woher dieser Name kommt. Pfff. Ich fühle mich wirklich gedisst. Also wenn, wie, wie, wie. Ich hab diesen Podcast, also diese Woche hab ich echt einiges frei. Also wer, 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 wer hier, äh, Mobbing, äh, Retourkutschen sieht, der möge das bitte in die Kommentare schreiben. Und ich hab dich noch so, äh, ähm, verteidigt bei der ersten, bei dem ersten Kommentar, ähm, wie würden, dass du ein schlechter Mensch wärst und hab direkt geschrieben, dass du es nicht bist. Ich weiß nicht, ob ich das revidieren muss. Du kannst ja versuchen, einen Kommentar zu editieren, äh, hast du ja die Möglichkeit. Ja, und sonst, es gab wieder sehr viele, sehr schöne, äh, Kommentare, ein paar, äh, Gruselgeschichten noch, äh, über den Lego-Online-Shop, ähm, als ich ja darauf, äh, Bezug genommen hab, ähm, dass ich, finde ich, für 50 Euro im Shop auf Rechnung kaufen konnte. Da hat, äh, Chrissy, hatte nämlich ein Set mit 50% Rabatt bestellt, das war, glaube ich, einer dieser Preisfehler, über den wir berichtet haben, hat dann erst eine Bestellbestätigung zum Preis von diesen 39,99 Euro erhalten, hat dann, also hat per Vorkasse bestellt, hat das dann auch bezahlt, dann wurde das Set ausgeliefert und dann einige Tage später gab's eine Mahnung über 40 Euro. Da hat Lego nämlich nachträglich anscheinend den Preis des Sets auf die UVP, also 79,99 angepasst und den Rest angefordert. Dann hat er sich an einen Kundenservice gewendet und die haben halt gesagt, das war ein Fehler und, ähm, er sollte entweder die, äh, die 40 Euro bezahlen, hätte dann 500 VIP-Punkte als Ausgleich bekommen oder er kann alles zurückschicken. Also, ich hab, glaube ich, noch nie von so einer schlimmen Erfahrung aus dem Lego-Online-Shop gehört. Das, ich war mir fast nicht sicher, ob das vielleicht, ähm, Quatsch ist, weil ich hab wirklich noch nie so schlechte Erfahrungen mit denen gemacht, aber wenn das stimmt, dann ist es wirklich einfach nur peinlich. Also für den Lego-Shop, nicht für Chrissy. Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da ein Buchhaltungssystem von einem Shop, äh, hinterher, ähm, na, dann so genutzt wird, dass man da auch ein bisschen korinthenkackerisch, äh, durch, umherläuft. Und dann kann halt auch so ein Kundenservice-Menschen nicht mehr viel tun, ähm, als... Ja, aber, äh, es wurden ja trotzdem ganz viele von, also das war ja der gleiche Rutsch, indem es hier Death Star so günstig gab und das war ja viel mehr als 50 Prozent reduziert und da hab ich nichts davon gehört, dass irgendjemand da was nachgefordert hat. Ja, vielleicht sind aber auch nicht alle, ähm, ähm, äh, dann aktiv geworden und haben sich irgendwo auf einer Seite, die einen Podcast hat oder die darüber berichten würde, ähm, mal zu Wort gemeldet. Das wissen wir ja dann auch manchmal nicht. Kann natürlich auch sein, ja, aber dann ist es halt eine Ungleichbehandlung. Also, alles in allem schwierig, äh, also auf jeden Fall schwieriges Thema, verstehe ich, wenn man sich darüber aufregt auf jeden Fall. Ja, volle Kanne. Nun ja, ähm, zusätzlich zu den Kommentaren, ähm, einfach, um mal triviamäßig witzige Mails vorzulesen, die man bekommt, ähm, ich sag jetzt nicht von wem, aber es kam eine Mail. Guten Tag, ich besitze von der Firma Toys R Us eine Kundenkarte. Da das Unternehmen von der Firma Smith übernommen wurde, würde ich gerne wissen, was mit meinen gespeicherten Daten passiert ist, beziehungsweise wie diese weiterverarbeitet werden. Vielen Dank und viele Grüße. Ja, ähm, A-Punkt, ähm, weiß ich auch nicht. Woher auch? Warum kriege ich diese Mail? Aber du bist doch der offizielle, äh, Toys R Us Kundendienst. Wen, wen sollte man fragen außer uns? Ey, wenn, wenn mir jemand eine Mail schreiben würde, die an den Lego-Kundendienst gerichtet wäre, würde ich es ja irgendwie noch verstehen. So nach dem Motto, ja, vielleicht kann der ja helfen. Aber, naja, gut. Also A-Punkt, sorry. Ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, aber ich kann dir das nicht beantworten. Ähm, schreib dir mal noch eine Mail. So, das sind die, die, die schönen Kommentare und witzigen Sachen. Ähm, warte noch, bevor du ganz von Kommentaren weggehst. Ähm, wir hatten, ähm, äh, noch einen Kommentar. Äh, warte, ich muss ihn noch raussuchen. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich da. Ich bin, komm gleich um die Ecke. Pausenmusik, das hier ist Pausenmusik. La, 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 Pausenmusik. Ähm. Immer noch Pausenmusik. Ich fand es, fand es sehr, sehr lustig. Äh, ich hatte einen kurzen Artikel über, ähm, äh, über, ähm, die Zusammenarbeit zwischen Ikea und Lego gesprochen. Da hatte Henry Krasemann, der Klemmbaustein-Lyriker, ähm, zugeschrieben. Vielleicht sind es nur Aufkleber für Billy und Kallax, die dann kommen. Ähm. Ich dachte, das besprechen wir gleich, wenn wir über, äh, Bügelik sprechen. Nee, ich finde, die Kommentare sollten wir jetzt, ähm, äh, abarbeiten. Weil noch einer dazwischen ist, der so off-topic ist, dass ich den unbedingt in diesen Themenblock mit reinnehmen muss. Ähm, ich habe darauf geschrieben, ähm, äh, vielleicht sind es keine Aufkleber, sondern Klebestreifen mit Noppen, die mit, äh, so hoher Klemmkraft ausgestattet sind, äh, dass man die Modulars kopfüber von der Deckhänge, äh, Decke hängen lassen kann. Ähm, was ja auch, äh, Platz, äh, in, in, in der Wohnung, äh, bieten würde. Ähm, die andere Frage war, äh, wir hatten uns, ähm, über, ähm, ähm, äh, das, ähm, ähm, Haufenprinzip, äh, in diesem, in demselben, ähm, ähm, äh, in demselben, ähm, in den, in den, in demselben Artikel. Danke, danke, boah, das mit den Sätzen, also, weißt du, was ich nicht machen sollte? Ein Podcast. Ich kann gar nicht reden, ey, flüssig reden ist gar nicht mein Ding. Ich hatte auf jeden Fall geschrieben. Gott sei Dank unterhalten wir uns nur privat. Äh, ich hatte, ich hatte in dem Artikel geschrieben, dass, äh, meine Mutter mich immer so, äh, so gezwungen hatte, äh, meine Haufenordnung, wo ich dann halt gerade was raussortiert hatte, irgendwann wegzuräumen, weil, äh, irgendwie so unsinnige Sachen wie Staubsaugen gemacht, äh, werden sollten, ähm, was ich halt natürlich, äh, nicht gut fand. Und dort schrieb Thomas, ähm, äh, dass nicht jeder das Ludolfsche Haufenprinzip, äh, versteht. Und, ähm, darauf schrob ich, ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass ich, äh, dass sie das selber nicht verstanden haben. Und, ähm, Tobota wollte dann wissen, ob ich, äh, mal da war. Ja, und ich war mehrfach da. Ich habe, ähm, die Hälfte des Autos meiner Freundin repariert mit Teilen von, äh, den Ludolfs. Ähm, 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 was immer zu ganz, ganz furchtbaren Szenen führte, weil man immer so stundenlang vor deren Haustür stehen musste, weil die in ihren Haufen gesucht haben, wo welche Teile da waren. Und es kann, konnte durchaus sein, dass man, äh, montags mit drei Teileanfragen dahin gekommen ist, ähm, wovon irgendwie ein Teil dann nicht aufhindbar war oder es es nicht gab. Ähm, und, ähm, dann ist man freitags nochmal hingefahren, weil während der Reparatur noch was anderes aufgefallen ist. Und, ähm, fuhr freitags dann hin und hat man nochmal einfach so einfließen lassen, dass man dieses Teil dann noch bräuchte. Und dann war es auf einmal plötzlich doch da. Ähm, war aber auch mit einer ähnlich dicken Staubschicht wie alle anderen Teile von den Ludolfs, äh, bedeckt. Also, das war nicht gerade diese Woche frisch eingetroffen. Ähm, das war sehr chaotisch immer dort. Und, ähm, wenn man wirklich dort zu tun hatte, ähm, dann war das wirklich sehr, sehr seltsam, dass man die auf einmal im Fernsehen gesehen hat als, ähm, Hype. Was übrigens genauso seltsam ist mit den, ähm, Steel Buddies, die halt auch dort aus der Region kommen und die ich halt auch kenne. Äh, äh, herzlich willkommen zu Stomos.de, dem großen Autoreparatur-Podcast mit den Steel Buddies, die ich nicht kenne, und den Ludolfs. Äh, äh, beides ursprünglich auf D-Max, glaube ich, gestartet. Ähm. Fernsehen und so. Toll. Ja. Thema Shopping. Ja. Wo wir gerade beim Einkaufen bei den Ludolfs sind. Wir haben das alles ein bisschen sortierter. Ähm, es gibt diese Woche jetzt noch zwei Angebote, auf die ich eigentlich ganz gerne kurz hinweisen würde, weil sie vielleicht noch spannend sind und auch noch verfügbar. Ähm, zum einen ist das, äh, sind Lego-Architecture-Angebote bei Amazon. Da gibt es gerade drei Sets eigentlich zu ziemlich guten Preisen, nämlich einmal das Capitol, die chinesische Mauer und Las Vegas, jeweils mit, äh, 33 bis 40 Prozent Rabatt. Eigentlich ganz nett, ähm, haben wir zusammengestellt und Preisvergleich und sowas immer dabei geschrieben. Wir bemühen uns ja immer so, UVP, Preisvergleich, Rabatt und den bisherigen Bestpreisen so dabei zu packen, damit ihr ein bisschen Überblick habt, wie gut das eigentlich ist, das Angebot. Dann gibt es noch das, ähm, Avengers Endgame-Poster, wo ich jetzt leider, weil Rick immer noch nicht den Film gesehen habe, mich nicht drüber aufregen kann, wie kacke das ist, also warum das kacke ist. Ähm, aber falls ihr das haben wollt, das zweite von diesen drei Marvel-Postern, wo ich das gerade schon so gut angepriesen habe, das gibt es jetzt noch, ähm, bis irgendwann, demnächst, bis zum 16. Juni, glaube ich, gibt es das noch ab 35 Euro Einkaufswert auf Marvel-Produkte. Ab 85 Euro Einkaufswert, egal was, gibt es, glaube ich, immer noch die Weltraum-Rakete, die ist noch da. Und 35 Euro Einkaufswert bei Harry Potter gibt es das kleine Harrys-Reise-nach-Hogwarts-Polybag dazu. Das sind so die Angebote gerade, eigentlich nicht schlecht für den Lego-Online-Shop, drei Aktionen gleichzeitig, ja, aber kein, also abgesehen von der Weltraum-Rakete, die ist echt schön, aber, ähm, abgesehen davon kein großer Knaller mehr. Und, ähm, ja, Rick, hast du eigentlich diese Woche irgendwas gekauft oder bekommen? Ähm, bekommen habe ich, äh, in der letzten, äh, Woche, ähm, äh, von, von dir ein kleines Päckchen, wo auch, ähm, Inhalte drin waren vom lieben Christian, der, ähm, dich ja auch, äh, oh, nicht sterben, ähm, der dich ja auch versorgt hat. Ich finde das ganz, ganz großartig. Es ist ein kleines Päckchen mit original, äh, offiziellem Lego-Geschenk-Papier. Ähm, ist auch ein Zettelchen, was auch mit Lego, ähm, äh, Klebestreifen festgemacht ist. Äh, dort schreibt er, äh, lieber Rick, ich hoffe, du freust dich über das kleine Geschenk. Liebe Grüße, Christian. Also alleine schon die Verpackung finde ich so fantastisch, so cool. Ich möchte es eigentlich fast nicht aufmachen. Doch, natürlich möchte ich es aufmachen. Ich bin sowieso viel zu neugierig. Ähm, und es hat mich sehr, sehr viel, äh, ähm, Willenskraft gekostet, ähm, das nicht zu, ähm, zu öffnen bis jetzt. Ähm, daher... Ja, meine Sachen, die ich dir geschickt habe, das war einfach, ähm, sag ich ehrlich, war eine blinde Aktion aus schlechtem Gewissen. Ja, wie geil! Check das aus! Salz- und Pfefferstreuer! Geil! Von Lego? Nein! Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ich habe ja eine Brotdose von Lego. Doch, ich habe die mal irgendwo gesehen und habe gedacht, ich will die auch haben. Habe dann aber gedacht, nee, du kannst jetzt nicht, ich glaube, den Tag hatte ich schon irgendwie so drei andere blöde Kleinigkeiten von Lego gekauft und war so, nee. Boah, wie geil ist das denn? Wenn ich damit auch nach Hause komme. Ja, cool! Oh, supergeil! Warte, ich mache mal hier die Packung auf. Für, für jeden, der es wissen möchte, es ist die, ähm, Nummer 850705, also eine sechsstellige Nummer. Und, äh, die, äh, Salz- und Pfefferdosen sind, ähm, aufgebaut wie, äh, 1x1 Bricks, ähm, mit Noppe. Ähm... Größer, schätze ich mal. Ja, nur ein bisschen größer, äh, also sind, äh, deutlich größer, aber, ähm, sehr, sehr geil. Und man kann sie übereinander stellen! Man kann sie aufeinander klicken! Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Entschuldigung. Das hat Lego ja so an sich, dass man das so aufeinander, also... Ja, aber es ist doch nicht klar, dass das bei Pfeffer- und Salzstreuern drauf stecken bleibt. Sippt schon, ja. Also das... Hast du ja recht. Das ist ja supergut. Ah, großartig! Vielen Dank, Christian! Ähm, die, die, die... Es fällt mir jetzt richtig schwer, das, äh, dem Thema weiterzugehen. Ich hab mir auch noch Brickheads, äh, bestellt. Übrigens, zu meinem Geburtstag hab ich mir die bestellt. Ähm, und einer davon ist die 40348. Und wer es jetzt schon erraten hat, es ist der blöde Geburtstagsklown, der heute ankam. Also... Ja, ist halt nachträglich. Nachträglich ist es, nachträglich ist das neue pünktlich. Ja, jetzt hab ich den auch. Ich, ähm, ich wollte mir eigentlich zu meinem Geburtstag auf meinen Gabentisch, äh, äh, stellen oder auf meinen, ähm, Esstisch, was vielleicht eher der korrekte, korrekte Terminus gewesen wäre. Äh, kann ich jetzt auch vergessen. Vielleicht behalte ich das, äh, und verschenke es beim nächsten Geburtstag, weil ich war Clowns, ähm, sowieso nicht so dolle finde. Also ich mag schon Clowns, ich find auch Clowns lustig. Und das andere Set ist der, äh, der Dragon Dance Guy. Hören wir mal auf, über Clowns zu reden. Ähm, und den Dragon Dance Guy find ich halt auch nicht so besonders toll, aber alle anderen finden den ja so super toll. Deswegen hab ich gedacht, ich muss mir den mal hinstellen. Ähm, vielleicht find ich den dann irgendwann doch toll. Okay, einfach mal Lego Sachen kaufen, die man eigentlich gar nicht toll findet. Es sind Brickheads. Es sind, du kannst, die, 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 eigentlich muss man die haben, aber, äh, eigentlich muss man die auch nicht haben. Ja, alle geht, alle geht sowieso nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn man nicht viel zu viel Geld hat. Ähm, deshalb. Naja. Äh, ja, ich hab ansonsten ist bei mir eine Bestellung, die ich irgendwie lange bestellt, aber viel zu spät bezahlt hab. Ähm, ich hatte im Lego Online Shop mal zum Ausprobieren, als es die The Lego Movie 2 Minifiguren so günstig gab, habe ich mir die bestellt. Da konnte man 20 Stück oder sogar 60 Stück auf einmal bestellen. Ich habe 20 bestellt, um zu gucken, ob man zufällig halt die 20 richtigen kriegt. Weil ich dachte, die nehmen bestimmt so 20 Stück nacheinander raus, immer aus dem Karton. Und dann hat man normalerweise die richtigen 20. Allerdings, ja, gibt es die mittlerweile eh nicht mehr zu kaufen. beziehungsweise limitiert auf fünf Stück pro Person zu dem Angebotspreis. Und dann habe ich gedacht, da ich jetzt eh euch nicht mehr informieren kann, ob sich das lohnt, weil ihr eh nicht mehr genug bestellen könnt, lasse ich die einfach zu. Weil ich habe meine 20 schon. Und dann wird man nie erfahren, das sind die The Lego Movie 2 Minifiguren. Schrödinger sind The Lego Movie 2 Minifiguren, so heißt es. Solange ich sie nicht aufmache, sind es gleichzeitig die richtigen und die falschen. Ich habe tatsächlich auch noch ... Das war es auch, glaube ich, schon mit Shopping für die Woche. Ich habe tatsächlich noch einen Post gekriegt aus UK von Bricksanity. sind die bedruckten Fliesen für Bayer's Castle, also Will Bayer's Castle, eingetroffen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, wenn Lego irgendwann mal eines Tages denkt, die Ersatzteile zu schicken, die ich bei der Bestellung getätigt hatte, als ich auch diesen Brickheads-Clown bestellt hatte, die ja eigentlich meiner Erwartung nach vor einer Woche ... Du redest gerade von den restlichen Teilen für Bayer's Castle. Ach so, ja, genau. Das war durcheinander wahrscheinlich. Also ich habe in dem Teile-Shop für Bayer's Castle alle verfügbaren Teile, oder eigentlich waren alle verfügbar, die man für dieses Set braucht, habe ich bestellt. Dann ist meine Bestellung storniert worden, weil irgendwas nicht geliefert werden konnte. Dann habe ich noch mal bestellt. Dann war doch wieder alles verfügbar. Und dann bekam ich eine Mail, dass alles etwas später kam. Ja, und jetzt kamen die Brickheads halt eine Woche, über eine Woche später als gedacht. Und ja, bei Ersatzteilen ist es ja sowieso so sieben bis zehn Tage, die man einplant. Also kann ich jetzt davon träumen, dass es Ende der Woche ankommt. Und wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann erst nächste Woche sein. Ja, können wir nächste Woche vielleicht drüber quatschen, wenn wir Glück haben. Ansonsten, ja, es wird Zeit, dass Lego den Online-Shop und die Prozesse dahinter überarbeitet. Wer was schnell haben will, bestellt wahrscheinlich lieber bei Bricklink, ehrlich gesagt. Gut, wäre aber deutlich teurer gewesen. Das muss ich nur ganz kurz dazu sagen. Ja, meistens, also oft. Ich habe die Preise dafür rausgesucht, bei Bricklink im Vorfeld. Und das wäre richtig, richtig, also fast doppelt so teuer geworden, wenn ich das bei einem Verkäufer nur hätte kaufen wollen, der auch noch aus Deutschland kommt. Ja, ist ja oft so. Aber lass uns dieses Thema tatsächlich hinter uns lassen und lass uns starten mit den tollen Lego-Themen, die uns diese letzte Woche... Kommen wir im Prinzip jetzt erst zu den News. Bisher ganz viel drumherum, aber es geht direkt spannend los mit einer kleinen Spekulation meinerseits beziehungsweise unsererseits. Ich will dir nicht unterstellen, dass du da mitspekuliert hättest. Aber es gab ja einen Teaser zum World Environment Day von Lego, wo die so ein kleines Image-Video gedreht haben von so einem Lego-Blatt, was von einem Baum runterfällt. Und es ging halt darum, dass Lego jetzt mittlerweile alle Pflanzenteile laut eigener Aussage nachhaltig herstellt. Das heißt bei Lego im Prinzip, dass das Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Ja, das ist natürlich dann immer noch genauso umweltschädlich im Endeffekt, wenn ihr es ins Meer schmeißt. Aber es wird zumindest nicht mehr aus fossilen Stoffen hergestellt, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen. Wie dem auch sei, dieser Baum, der da zu sehen war, da könnte man mit ein bisschen viel Fantasie denken, dass das ein Teil vom Lego Ideas Baumhaus gewesen sein könnte, was uns ja ganz bald erwarten soll, wie man so hört. Glaubst du, das ist realistisch? Ich persönlich würde es nicht als Teaser für dieses Baumhaus sehen wollen. Da ist ja auch den Tree of Creativity im Lego Haus gibt in Belund, der ja von dem Aufbau auch relativ ähnlich ist. Also zumindest in dem Set, das es dazu dort auch gibt. Und deswegen bin ich, also ich, ich finde es fast ein bisschen weit hergeholt. ohne dich jetzt da angreifen zu wollen, aber Baum ist Baum. Also der Tree of Creativity sieht ein bisschen anders aus. Also zumindest das Set, was man kaufen kann, ist ein bisschen anders. Also es ist tatsächlich, also es ist eine reine Spekulation. Das ist nicht irgendwie, dass wir da was wüssten oder so. Letztendlich ist es ja auch egal. Also mir war wichtig in erster Linie, also ich habe den Teaser gesehen, habe gedacht, hey, darüber jetzt zu schreiben, alleine fände ich zu langweilig. Dann habe ich gedacht, aber es kommt ja bald das Baumhaus, das könnte man auch noch mal erwähnen, weil da freuen sich sau viele Leute drauf, inklusive mir. Und dann kam eine Mail. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Mail geschrieben hatte. Hatte ich das im Beitrag erwähnt? Mist, irgendjemand hat mir, glaube ich, eine Mail geschrieben oder in die Kommentare, ob er glaubt, dass das zusammenhängen könnte. Ah nee, doch, ich habe eine Facebook-Nachricht bekommen. Ah ja, ich habe eine Facebook-Nachricht bekommen. Da stand das drin, ob ich glaube, dass es zusammenhängen könnte. Und da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Das könnte sein. Und fand das eigentlich einen ganz schönen Aufhänger. Und ja, jetzt hat man noch mal einen Grund, sich auf das Baumhaus zu freuen, weil ich denke mal, nach dem, nach Jurassic World wird es wohl das nächste große Ding sein. Hoffe ich. Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich muss ich hier recht geben, ich hatte den Tree of Creativity ganz anders im Sinn. Und das sind ja wirklich nur Platten und einmal Einser, die dort als Blattwerk verwendet werden und nicht die Pflanzenteile. Aber nichtsdestotrotz finde ich ganz cool, dass jetzt diese 80 Pflanzenteile, die sie schon da fertigen, schon mal aus nicht mehr fossilen Materialien gefertigt werden. Aber dieser Baum, wenn der wirklich so viele Pflanzenteile beinhaltet, könnte das auch wirklich halt auch ein gutes Werbemittel genau für solche Umstellungen im Prinzip darstellen. Ja, ich denke, das werden sie machen. Also Lego plant ja bis 2030, glaube ich. Also im Prinzip alle Teile auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen. Im Endeffekt ist es ja eine Geldfrage. Also die Produktion ist momentan wahrscheinlich noch ein bisschen teurer, aber irgendwann wird es eh diesen Umschwung geben, dass es billiger wird, wahrscheinlich aus nachwachsenden Rohstoffen das Ganze herzustellen, als aus fossilen Rohstoffen, weil einfach die fossilen Rohstoffe begrenzt sind und die nachwachsenden nicht. Da die Verfahren aber momentan noch ein bisschen teurer sind, wird das bisher nicht gemacht. Ich hatte da im Studium ein bisschen mitzutun. Allerdings war das damals an der Uni noch, damals, als wäre es 100 Jahre her, also es war alles noch ein bisschen experimenteller und da wurde davon gesprochen, dass es deutlich teurer ist. Ich glaube nicht, dass Lego das umstellen würde bis 2030, wenn sich dann ihr Preis pro Teil verdoppeln würde. Das wäre einfach dämlich, das würden sie nicht tun. Deshalb denke ich, dass es so kalkuliert ist, dass bis 2030 der Preis irgendwie gleich ist für Lego und in der Zeit stellen sie es langsam um. Finde ich im Prinzip eine gute Sache, ist natürlich ein bisschen Greenwashing, weil das macht halt den Konsum nicht wirklich sinnvoller, den man macht bei Lego, aber das ist ein anderes Thema. Wobei, man muss jetzt halt auch sagen, dass eigentlich Lego ja so gut wie nie weggeworfen wird. Also es ist wenig Lego, das weggeworfen wird. Hatten wir das nicht schon mal? Weiß ich nicht. Also ich habe es noch nie gesagt, glaube ich. Okay, ja, natürlich Lego wird selten weggeschmissen. Ich will jetzt auch hier nicht den linksgrün versifften Gutmensch raushängen lassen, aber natürlich wird auch Lego weggeschmissen und es ist ja, glaube ich, mal dieser Container im Meer gelandet. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, kurz, wo dann am Strand bis heute irgendwie seit zig Jahren Lego-Teile angespült werden. Sowas ist immer blöd und generell sinnlos Sachen herstellen und konsumieren ist immer doof, aber das ist bei Lego ja nicht der Fall. Wir lieben das ja alle, deshalb ist es okay. Genug Moralapostel. Sprechen wir über das Thema Gaming. Trotzdem muss ich ganz kurz sagen, dass ich durchaus der linksgrün versiffte Gutmensch gerne wäre. Ja, ich bin das ja auch. Ich wäre es gerne noch viel mehr, aber ich bin es nicht genug, leider. Über Gaming möchte vor allen Dingen ich sprechen, glaube ich, weil ich habe... Ja, du kannst ja die Vier-Stunden-Monolog-Team. Los geht's. Ich habe so sucht. Lego Tower für iOS und Android als Open Beta ist on the fly und du hattest drüber geschrieben, dieses Spiel hat mich sowas von gefangen. Es ist total stumpfsinnig, aber es macht so viel Spaß, seine Figuren immer wieder neu anzuziehen und umzurichten und endlich mal eine der Spezialfiguren freizuschalten, seinen Aufzug zu beschleunigen, die Kapazität seiner Geschäfte zu erhöhen und sowas. Ich bin wirklich sehr, sehr viel da drin unterwegs. Was bei mir bis jetzt lang noch nicht funktioniert ist, ich kann keine anderen Spieler hinzufügen, außer sie verraten mir, wie ihre ihr Lego-Spitzname ist und ihre Spiel-ID. Ich habe das in die Kommentare auch mal eingeschrieben. Kannst du mir erklären, wie das überhaupt gehen soll? Weil der Punkt ist, also kann man das erst ab einem gewissen Punkt, weil ich habe diesen Artikel ja geschrieben und dann, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und auch so gelesen, was andere darüber geschrieben haben und da ging es immer darum, hey, ihr könnt ja andere User hinzufügen und ich habe das bei mir verzweifelt gesucht in der App und ich habe es nicht gefunden. Bin ich blind? Ja. Wo denn? Unter Freunde. Hab ich nicht. Freunde. Du machst die App auf und dann hast du ja die, dieses Menüzeichen unten rechts und dort hast du oben eine blaue Leiste, eine lila Leiste, darunter zwei gelbe Leisten mit vier Elementen, die bei diesen... Ne. Was hast du denn da? Weiß ich auch nicht. Also, er zeigt es mir gerade in die Kamera. Das sieht anders aus, ne? Und sein Menü... Ja, der zeigt mir seins. Sein Menü ist deutlich... Ich zeige dir mal, du zeigst mir eins. Es ist deutlich kleiner, also er hat nur, vier Elemente, ein blaues, drei gelbe und ich habe halt eine ganze Reihe. Ich habe fast... Ich habe insgesamt 15 Icons, die bei mir über Ticket einlösen, starten. Und die waren von Anfang an schon da? Ja. Hm. Ja, also, keine Ahnung. Ist ja noch Beta. Noch ist das okay, wenn irgendwas nicht funktioniert, aber wenn das dann beim fertigen Spiel so ist, würde mich das nerven. Aber ich bin... Also, das hat mir ein bisschen... Weil ich wollte eigentlich mit anderen, also mit Lesern ein bisschen zocken, wollte auch meine ID reinschreiben, aber habe halt nie gecheckt, wie ich die anderen Leute finde. Und deshalb habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade zum ersten Mal diese App wieder aufgemacht und da reingeschaut, weil es mich halt dann nicht gekriegt hat. Ja, auf jeden Fall ist es da halt dieses Ding, dass man eine Spiel-ID hat. Vielleicht musst du das auch über die Cloud registrieren, das weiß ich nicht. Das Cloud-Symbol hast du, gell? Ja, das habe ich auch, glaube ich, mal gemacht. Und hast du da auch die E-Mail bekommen und aktiviert? Ja. Hast du auch unten runter das Lego-ID-Feld? Ja. Und hast du das mal aktiviert? Ja. Ich bin herrwolliges Schwein. Warum lachst du so? Ich verstehe sowieso nicht. Also das sind ja so Pseudo-anonymisierte Namen, die Lego da automatisiert vergibt und die sind einfach alle dämlich und dumm. Nein. Meins ist super. Ich bin Kaiser, ähm, äh, äh, Kaiser-wuseliges Känguru. Äh, duseliges Känguru. Ja, aber es ist halt immer so ein Quatsch. Naja. Wie dem auch sei, also bei mir läuft das Spiel noch nicht, aber ich glaube, ein paar andere Leute haben Bock drauf und ich bin ganz froh, dass es bei mir nicht funktioniert, weil ich bin sehr suchtanfällig bei sowas. Also ich kriege auch sehr, sehr viel Post. Das raucht mir dann immer den ganzen Tag. Ich kriege wirklich sehr, sehr viel Post. Also es wird mir, äh, sehr viel, ähm, an Material zugeschickt. Mir werden, ähm, äh, Minifiguren mit Sonderfunktionen, äh, zugeschickt. Ähm. Von Lesern, oder? Ähm, ich vermute, ähm, äh, ich hab ja von vielen, also ich hab ja meinen Lego-Spitznamen und meine Spiele-ID eingetragen in die Kommentare. Ähm, und viele haben nur ihren eigenen Code reingeschrieben, also ihren, äh, ihren Spielercode. Und ich kann die, haha. Das ist doch mein Niveau, verdammt. Ähm, die haben nur ihre Spiele-ID reingetragen. Und bei mir funktioniert das nicht, dass ich, äh, ähm, Spieler mit ner, nur mit der Spiele-ID hinzufügen kann. Ich brauche immer den Lego-Spitznamen dazu. Ansonsten, also ich brauch beides. Ja, dann könnt ihr den auch noch in die Kommentare schreiben. Also ich find das ganz cool, die Leute tauschen sich schon aus, ein paar Leute scheinen es zu zocken. Also, äh, wenn ihr da eine Anlaufstelle sucht für Gleichgesinnte, schaut mal im Beitrag vorbei. Ach so, grundsätzlich. Man, wir kriegen das nie hin, den Podcast so zu moderieren, wie es eigentlich sein soll. Ich hätte am Anfang der Folge sagen sollen, dass ihr über diese Folge diskutieren könnt und alle Shownotes findet unter stnw.rs slash Folge 27 oder ihr geht einfach auf stonewalls.de im Menü auf Podcast klicken, da sind alle Folgen aufgelistet und dann sucht ihr euch Folge 27 raus. Ja. Ach. Zu spät. Naja. Willst du noch über Lego Tower quatschen? Oder wollen wir... Eigentlich würde ich da ganz gerne noch drüber was sagen, weil, ähm, am Anfang die ersten fünf Fragen... Ich gehe mir da mal, ähm, Brot backen oder so in der Zeit. Du musst mir jetzt noch kurz zuhören. Ähm, am Anfang bekommt man fünf Tage, äh, VIP, ähm, geschenkt. Die kann man, äh, da nutzen. Ähm, da hat man etliche Vorteile oder Club-Vorteile, nennt sich das. Ähm, zum Beispiel muss man den, äh, die Leute nicht mehr, ähm, in den, in das Stockwerk fahren, wo sie hinwollen, sondern es, man nimmt an, ah ja, der will in den 20. Stock und dann wird der automatisch da hochgefahren. Jetzt, nach den ersten fünf Tagen, ähm, ist dieser Club-Vorteil abgelaufen bei mir und ich muss die manuell da hochschaffen. Deswegen, ähm, bin ich sehr froh, dass ich meine, die Geschwindigkeit meines, ähm, meines Aufzugs auch schon erhöht habe, weil das wirklich viel, viel ausmacht. Ähm, man kriegt über diesen Club, ähm, 25% Rabatt auf Upgrade- und Fahrzeugpreise, ähm, doppelte, ähm, Teile und Figuren, die man versendet, ähm, kann man kostenlos versenden mit diesem Club-Vorteil. Jetzt kostet das immer 10 Bucks. Ähm, man kriegt auch für vieles doppelte Tagesmiete und, äh, doppelte Gratisteile pro Tag und so weiter. Ähm, Also es sind viele, viele, äh, Vorteile, die man dadurch bekommt und fünf werden... Normalerweise muss man das wahrscheinlich bezahlen, ne? Genau, fünf Stück werden dann, äh, bei Release, ähm, also fünf Club-Tage, fünf, äh, werden dann 2,29 kosten, 25, 5,49 und 299 Club-Tage, also nicht mal ein ganzes Jahr, ähm, 21,99. Ähm, ja, also, ja, es gibt auch noch... Ich bin mal gespannt, wie sehr es nachher auf Pay-to-Win umgestellt wird, also wie, wie fies es wird, das Spiel zu spielen, ohne, ähm, zu bezahlen. Also ich spiele jetzt den ersten ganzen Tag, komplett ohne diese Hilfe. Ähm, und ich finde, es ist, ähm, für mich mittlerweile nur noch möglich, ein, äh, Stockwerk pro Tag zu bauen. So lange dauert es halt, äh, das Geld einzunehmen und ich bin bei fast 400, ähm, äh, Einnahmen pro Minute, also 400 Gold oder was auch immer das sein soll, ähm, pro Minute, was man für die, für den Bau der Stockwerke braucht. Ähm, das heißt, es ist schon relativ viel Aufwand, ähm, wenn man nicht immer wieder nachlegt. Und man nimmt halt nichts mehr ein, sobald die, ähm, sobald die Läden nicht mehr bestückt sind. Ähm, das heißt, man muss die halt auch immer wieder, ähm, auffüllen und sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer mich noch gut lang fesseln kann. Momentan macht es noch echt viel Spaß. Und wenn man von, ähm, Freunden, die man in der Freundesliste, ähm, hat, äh, gelegentlich auch, ähm, sowas wie Großeinkäufe, ähm, äh, äh, ähm, Warenauffüller bekommt, dann ist es schon relativ schwierig, da, ähm, genug Geld zu investieren. Und ansonsten ist es einfach nur die Zeit, die man abwartet. Ja, soviel zu, zu Lego Tower, ähm, ich find's ganz cool, ich freu mich aber trotzdem noch ein bisschen mehr auf das, äh, Spiel von Nimblebit, was dann kommen, nee, Moment, das war Nimblebit, äh, von Game, den anderen, Game Loft, Game Loft, danke. Ja, nee, ich freu mich, äh, am ehesten auf, Lego Star Wars The Skywalker Saga, das wurde jetzt ja auf der E3 angekündigt. Ähm, das find ich ganz cool, äh, ich glaube, es ist zwar wenig Neues, aber, ich hab noch keins der Star Wars Spiele bisher gezockt. Und das ist für mich eigentlich, glaub ich, ein guter Einstieg. Ja. Ähm, einfach halt alle Teile dann zusammen zu haben und soll ja irgendwann 2020 auf den Markt kommen, macht ja auch Sinn, weil es soll ja Handlungen von Episode 9, ähm, enthalten, dann kann's nicht mehr 2019 auch rauskommen. Ähm, ja. Und, und kommt halt für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Also, man kann sich im Prinzip jede Plattform aussuchen, die man, äh, möchte. Ja. Ansonsten gibt's da tatsächlich relativ wenig Konkretes zu. Also, man weiß halt, es soll ein Spiel über alle neuen Filme werden. Ob die alten Spiele einfach nur irgendwie remastered werden und sonst komplett gleich bleiben oder ob sie alles noch mal so from scratch gebaut haben, weiß man nicht. Oder bisher weiß man's halt nicht. Ähm, ich bleib da mal dran, wenn's da irgendwie was Neues gibt, aber ich denke mal, jetzt ab der E3 wird's einfach noch ewig dauern, bis es wieder neue Infos gibt. Das einzig Spannende, was es so außerhalb des Gaming in dem Trailer gab, es gab einen ersten Blick auf Dio, also D-O oder D-I-O, je nachdem. Also, der neue Druiden-Buddy von R2 und BB-8, ähm, der ist da am Ende durch den Trailer durchgerollt und sieht nach einer, ja, nach einer, nach einer Lego-Figur aus, die aus einem Guss wird, glaube ich, weil so klein, ich glaube, die ist, ja, ich glaube, ist einfach ein Teil, vielleicht zwei, aber ich glaube eins, ähm, falls sie dann wirklich als Lego-Ding dann auch so aussieht. Bestimmt unten noch ein Nupsi dran, damit man das irgendwie, ähm, irgendwo hinsetzen kann, ähm, weil der fehlt bei BB-8 ja auch und ist bei BB-8 ja normalerweise auch dran, deshalb, ja, denke ich mal, sieht ein bisschen anders aus in echt, aber es wird ein, es gibt ein Dio, das wissen wir schon mal, ansonsten, ist der Trailer relativ wenig sagend. Ja, aber ich vermute mal, also ich habe das dir gegenüber schon mal gesagt, ich habe, äh, ja, bis jetzt sechs Teile, ähm, ne, sieben Teile von Lego Star Wars, äh, ähm, äh, und, ähm, oder besitze sie noch und ich glaube tatsächlich, dass die ersten sechs Teile so übernommen werden, ähm, die letzten zwei Teile, die jetzt zu sieben und acht rausgekommen sind, werden da enthalten sein, das wird nicht großartig irgendwas ganz Neues sein, es wird wahrscheinlich nur eine neue Oberwelt geben, ähm, wie ist das, äh, bei den ersten drei Teilen und danach bei den zweiten, ähm, bei dem, bei der zweiten Collection, die dann sechs Teile beinhaltet hat, ähm, war aber, ja, ansonsten glaube ich, wird da nicht sehr, sehr viel Neues sein, aber trotzdem sind's schöne Spiele, wenn man auf den Humor, äh, steht und, ähm, für Lego-Leute glaube ich, ganz interessant. Ja, und das nächste ist dann glaube ich wieder ein Ding, was dich dann vor allem interessiert oder wo du, ähm, ja, ich will's morgen schon spielen, ähm, ja, äh, morgen kommt eine Erweiterung, Heißt Forza oder Forza? Forza Horizon 4, keine Ahnung, also du kannst es italienisch, du kannst es, äh, Englisch aussprechen ist es mir egal, ähm, Forza Horizon, Forza Horizon, Forza Horizon ist auf jeden Fall, ähm, eine meiner Lieblings-Rennspiel-Serien, ähm, hab auch die, äh, die, den vierten Teil seit Day One natürlich auf meiner Konsole, ähm, gibt's halt seit, ähm, einiger Zeit halt auch immer für PC, das heißt, ähm, wer einen PC besitzt, kann das Spiel auch spielen, bei Forza Horizon 3 gab es schon, ist sonst Xbox exklusiv, oder? Also halt, das ist ein Microsoft-Product. Ja, genau, früher war es Microsoft, ähm, exklusiv für die Xbox, ähm, dann, ähm, wurde das aber aufgeweicht, dann gab es, äh, bei Forza Horizon 3 und, ähm, ich glaube, Forza Motorsport 6, schon Versionen für die Xbox, ähm, äh, für den PC, die aber noch nicht ganz gleich waren und inhaltlich noch nicht ganz übereinstimmten. mittlerweile, ähm, ähm, ist jedes, ähm, jedes Forza, egal ob Horizon 4 oder, ähm, Motorsport 7, komplett identisch, äh, auf dem PC, in 4K mit, ähm, 50.000 Frames pro Sekunde, keine Ahnung, ähm, also viel Frames. Das halte ich für viel. Ja, ich auch, ähm, ähm, aber wenn es jetzt ein Mac Pro mit 1,5, ähm, Terabyte RAM gibt, warum sollte es nicht auch 50.000 Frames pro Sekunde geben? Nein, ist natürlich Blödsinn, ich habe keine Ahnung, wie viele, ich bin da nicht so eine Grafikkure, dass ich das wüsste, wie, äh, hoch die Framerate auf dem PC ist, ähm, schon müssen wir dir den Explicit-Haken reinsetzen beim Podcast, danke. Ach, Entschuldigung. Das ist doch, äh, Normalsprech. Auf jeden Fall gab es zu Forza Horizon 3 schon mal die Hot Wheels von Mattel, ähm, die auch auf diesen ursprünglich, ähm, alten Bahnen, auf diesen orangenen Bahnen gefahren sind, ähm, da konnte man dann entweder mit, äh, Mattel-Fahrzeugen, also mit Hot Wheels-Fahrzeugen fahren, oder mit all dem, was man in seiner, ähm, Motorradwerkstatt schon, äh, in seinem Autowerkstatt schon, in seinem Autofuhrpark so, hatte, äh, konnte man schon, äh, äh, diese, diese, äh, Wege nutzen, und jetzt ist es halt bei Forza Horizon 4 wieder eine neue Partnerschaft, diesmal mit Lego, und man kann mit Speed Champions, äh, spielen und, äh, Rennen fahren. Und es gibt ganze, ähm, 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 äh, Gegenden, die sich aufbauen, ähm, nur auf, äh, Lego-basierten Noppen im Prinzip und Straßen, äh, es gibt in, in, in der Küstenregion, ähm, von Schottland, ähm, einige, äh, Buggy-Rennen mit, ähm, ähm, wo man Piratenschiffe von Lego sehen kann und sowas. Ähm, also es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig wieder, und ich freue mich sehr drauf, kommt am 13. Juni raus, also morgen, und, ähm, ja, ich werde mir den DLC, äh, direkt installieren, kostet wie alle Größen, äh, größeren Expansions, äh, 20 Euro, was eigentlich, äh, okay ist. Hat man die Ultimate Edition oder den Expansion Pass, ähm, dann ist es sogar kostenlos mit inkludiert. Cool. Ja, und ich glaube, man kann ja auch mit normalen Autos dann durch die Lego-Welt fahren und umgekehrt mit Lego-Autos auch durch die normale Welt. Also ich bin ja in dem Thema nicht drin, ähm, ähm, aber, also der Trailer macht Bock. Ähm, ich fühl mich da, oder hab mich da total erinnert gefühlt an das alte Lego-Racers-Spiel, und zwar das erste Lego-Racer. Kennst du das noch? Ähm, ich, ich hab was im, also ich hab's selber nicht gehabt, ich hab's meinem Freund mal ein bisschen angespielt, aber ich hab's nicht mehr so richtig in Erinnerung. Das hab ich tatsächlich aus Spaß irgendwie mal vor wenigen Jahren, also noch lang bevor es Stone Wars gab, hab ich mich mal hingesetzt und hab das alte Game noch mal zum Laufen gebracht auf dem, äh, auf dem Windows-10-Rechner. Und das hat so viel Bock gemacht. Und ich kenn halt immer noch die Strecken auswendig. Und das ist halt, ich weiß ja, das ist halt so eins der Spiele, die ich so exzessiv gespielt hab als Kind, und die haben so einen Spaß gemacht. Und es war halt im Prinzip ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal ein Mario-Kart-Verschnitt. Du konntest halt auch schießen und so und dann so Waffen einsetzen. Also halt Lego-freundlich und so, alles ohne Bumm, aber trotzdem sehr witzig gemacht. Äh, super cooles Spiel. Und da hab ich mich einfach dran erinnert gefühlt, als ich den Trailer gesehen hab und hatte irgendwie Bock, noch mal das alte Game auszupacken. Und ich glaub, das mach ich demnächst noch mal. Einfach noch mal Lego Racer installieren. Ähm, oder einfach hoffen, dass da noch mal eine Neuauflage kommt. Äh, einfach ein reines Lego Racer. Ah, da fängt mir noch was ... Fände ich cool. Was mir noch hier bei Forza einfällt, ist, äh, die Fahrzeuge, die jetzt von Speed Champions, ähm, mit integriert werden, die gibt's natürlich auch als Originalfahrzeug immer. Also, der Ferrari F40 ... ... wird dann als originales Fahrzeug, ähm, auch dem gegenüberstehen können. Oder, äh, der McLaren Senna, ähm, äh, ist natürlich ganz vorne mit dabei und so. Ähm, das sind, ähm, alles Fahrzeuge, die ... Oder der 76er, äh, 67er Mini Cooper, ähm, wo wir auch eine Review drüber haben. Ähm, der ist halt auch genau in derselben Ausstattung, ähm, als Originalfahrzeug, als originale Vorlage, ähm, in Forza Horizon 4 enthalten. Was ich halt auch sehr lustig finde, wenn man dann vielleicht gegen die direkt, ähm, Kopf an Kopf racen kann. Okay. Klingt gut. Ähm, ich freu mich. Auf der Stelle, weil ich einfach mal gerne ein bisschen Feedback-Loop aufbauen würde, äh, würde mich mal freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinpostet. Habt ihr schon mal Lego-Spiele gespielt? Beziehungsweise kennt ihr Lego Racer? Das würde ich einfach aus persönlichen Gründen gerne wissen, ob das mal jemand gezockt hat. Ähm, ich glaub, kann man ja nicht wirklich online gegeneinander spielen. Das würde ich ja jemanden herausfordern, aber das geht nicht. Und, ähm, abgesehen davon, habt ihr Lust auf so die neuen Lego-Spiele? Ist das ein Thema für euch, was ihr auch auf Stone Wars tatsächlich gut aufgehoben und interessant findet? Oder interessieren euch die Games alle so gar nicht? Das fände ich mal, äh, spannend zu wissen. Ähm, ich möchte gleich einhaken, wer von euch, ähm, Forza Horizon 4 spielt und dieses Expansion-Pack, egal ob mit oder ohne, ähm, mitnimmt, der kann mich gerne mal, äh, adden, ähm, weil wir können ja Cross-Platform zwischen PC und Xbox, äh, herumfahren. Dann addet mich mal, ähm, ich heiße Excentric, ähm, Rick natürlich geschrieben wie mein Vorname. Also R-Y-K. Genau. R-Y-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä. Es wird auch nicht, es wird auch nicht alt. Nein, nein. Du hast, du hast schon recht. Ähm, gut. Ich glaube, ich kauf mir, ich kauf mir eine Kugelbahn. Ich hab keine Lust mehr. Auf den ganzen Lego-Camp. Ja, genau. Kein Bock mehr auf Lego. Nee, ich habe mit der Hubelino Pi oder Hubelino Pi Kugelbahnen rumspielen können, beziehungsweise mich auch ein bisschen herumärgern können leider. Ich habe das Ding einer kleinen Review unterzogen, und zwar die Marble Run Set XL, also die große Kugelbahn von Hubelino im Prinzip. Also Hubelino, wer das nicht kennt, ist ein deutsches Unternehmen, die machen seit Jahren Kugelbahnen, die sich mit anderen Bausteinen kombinieren lassen. Und zwar war das bisher so, das normale System von denen war halt mit Duplo kombinierbar. Eher was für vielleicht kleinere Kinder. Und ja, das war so deren Ding, sie bauen eine Kugelbahn, die mit Duplo kombinierbar ist. Und jetzt gab es dann Anfang des Jahres so eine Ankündigung, dass halt eben diese Hubelino Pi rauskommen sollte, die mit Lego System im weitesten Sinne kompatibel ist, also den normalen Lego Stein. Und ich fand das direkt spannend, weil ich als Kind wahnsinnig gerne Kugelbahnen gebaut habe, damals noch aus Holz. Und auch so ein bisschen aktuell diese Ravensburger Kugelbahn ganz cool finde. Wie heißt die nochmal? Gravitrux, genau. Da gibt es richtig coole Sachen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Lego, das muss man sich irgendwie mal anschauen. Und habe mir so ein Ding mal besorgt und aufgebaut. Und das war ein sehr frustrierendes Erlebnis. Ich habe dazu eine Review geschrieben, da gehe ich da ein bisschen drauf ein, warum das schwierig war. Im Endeffekt ist mir das Ding, ich weiß nicht, ob ich zu dicke Finger habe, aber beim Aufbau mehrfach irgendwie auseinandergeflogen wieder. Weil man muss irgendwo einen Stein draufsetzen, wo man dann ja Drück ausüben muss. Und darunter ist es halt nicht wirklich unterfüttert. Und dann reißt man das Ding halt wieder halb ein. Und die Anleitung ist halt auch nicht so toll, wie man das von Lego jetzt beispielsweise gewohnt ist. Es hat also seine Schwächen, aber grundsätzlich finde ich halt die Idee von so einer Lego-Kugelbahn cool und habe auch einfach Bock, das noch irgendwann nochmal anders aufzubauen. Nicht nur mit diesen Hubelino-Teilen, sondern halt eben im Prinzip die gelben Bahnelemente nehmen und die cool in irgendwas anderes einzubauen. Eventuell auch mit einer Motorisierung, mit Mindstorms, dass man Kugeln wieder ganz nach oben transportieren kann. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Also wer Lust hat, eine Lego-Kugelbahn zu bauen, der kann sich das mal anschauen. Aber lest euch vorher meine Review durch, damit ihr wisst, was so die Einschränkungen sind. Ich wollte es halt hier nur mal erwähnt haben, sage ich mal. Bist du auch ein Kugelbahn-Typ, Rick? Oder gewesen mal? Nein, nie. Okay. Ja, dann schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ich war ja schon enttäuscht, als ich festgestellt habe, dass es nur dieses, ich lege eine Kugel oben hin und sie fährt dann nach unten und das war es dann. Und dann muss ich sie wieder nehmen und wieder nach oben legen. Dieses Prinzip, der... Ja, nicht mal das. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht einfach zwei Kugeln hintereinander rollen lassen, weil es gibt ja diese Gauss-Kanonen zwischendurch. Also diese normale Bahn von denen, die ist halt so aufgebaut, dass man diese Gauss-Kanonen nutzen muss. Und die musst du halt immer manuell wieder resetten, sozusagen. Ach, aber das noch. Also Gauss-Kanone, tolles Prinzip, macht so viel Spaß. Aber du musst halt im Prinzip einmal alle drei Gauss-Kanonen, die es da gibt oder vier Gauss-Kanonen gibt es, drei davon braucht man, musst du resetten. Und dann kannst du wieder eine Kugel rollen lassen und dann hoffen, dass sie auch einmal durchrollt, weil wenn du die Gauss-Kanone ein bisschen falsch platziert hast, ist die Kugel entweder zu schnell oder zu langsam. Und das kann schon mal frustrierend sein. Also ich habe das Ding, wie gesagt, nach Anleitung aufgebaut, was schwierig war. Und dann habe ich sechs Versuche gebraucht, bis einmal eine Kugel komplett durchgerollt ist. Wow. Und wenn ich mir dann vorstelle, die ist, glaube ich, für Kinder ab acht Jahren oder so, also da brauchst du einen geduldigen Achtjährigen, weil sonst macht er das dreimal, hat keinen Bock mehr und schmeißt das Ding an die Wand. Aber wenn man Kinder, also ich glaube, das Ding ist halt, die Kugelbahn ist für Kinder. Es ist halt ein Spielzeug und das ist kein Ding, was schön im Regal aussieht, kein Produkt für erwachsene Lego-Fans eigentlich. Aber wenn man Kinder hat, die so eine gewisse Frustrationstoleranz haben, ist das, glaube ich, ein cooles Produkt. Oder wenn man halt selber als Erwachsener Bock hat, an sowas rumzutüfteln. Aber einfach nur nach Anleitung aufbauen und dann Spaß haben, finde ich, ist also für mich so mittelgut. Ich bin ja selbst von diesen GBC-Dingern, bin ich zwar immer beeindruckt, aber das ist halt auch nichts, wo man mich ... Bitte erkläre nochmal, was du meinst. Ich weiß, du hast es mir schon mal erklärt, aber dem Rest des Podcasts nicht. Also bei vielen Lego-Messen werden immer wieder Great Ball Contraptions gezeigt. Das sind halt quasi motorbetriebene Perpetuum-Mobilis der Kugeln. Genau, das ist ja der Sinn von einem Perpetuum-Mobilis, dass es motorgetrieben ist. Ja, also die Kugeln laufen da quasi einen Weg nicht jetzt wie bei dieser Kugelbahn ab, sondern sie fangen vorne an und hören nie im Prinzip auf, wenn möglich, weiterzulaufen. Durch verschiedene Hindernisse werden über verschiedene Höhen bewegt. Aber es soll halt ohne Eingriff des Menschen stattfinden, sondern durch Lego-Technik, durch Lego-System kombiniert. Und in verschiedensten Fassungen, da werden dann Aufzüge gebaut, da werden Förderbahnen gebaut, da wird alles Mögliche gebaut. Und das ist halt ein sehr, sehr interessantes Feld, GBC, also Great Ball Contraptions. Aber ich hätte nie die Geduld dafür, sowas zu bauen, niemals. Und manchmal sind die auch wirklich schön gebaut, also dass das wirklich optisch auch hervorragend umgesetzt ist. Aber nein, nein, ich möchte das nicht. Ich hatte tatsächlich in meiner Uni, im Master am Ende, das war keine Vorlesung, das war so ein Seminar quasi. Da haben wir uns eine Woche lang eingeschlossen oder wurden wir eingeschlossen. Da war auch Anwesenheitspflicht und wir mussten im Prinzip auch mit Lego-Mindstorms so einen geschlossenen Kreislauf aufbauen, wo so Sachen von A nach B transportiert werden und durch Förderbänder und keine Ahnung was, lauter verschiedene Aufgaben erfüllen. Es hat halt auch nach einer Woche immer noch nicht richtig funktioniert. Aber ich gucke mal, ob ich dieses Video, wo es so fast ein bisschen klappt, ob ich das nochmal raussuchen kann. Das ist das, was passiert, wenn man Maschinenbaustudenten, die zum damaligen Zeitpunkt wenig Ahnung von Lego haben, zusammen einschließt, um so ein Ding zu bauen. Und ich glaube, so ein Lego-Profi wird sich das angucken und denken, oh Gott, aber wir konnten es damals nicht besser. Ich schaue mal, ob ich das noch irgendwo finde, ob es überhaupt noch ein Video davon gibt. Dann kann ich das mal irgendwo posten vielleicht, wenn da niemand drauf zu sehen ist. Ich will ja Datenschutz und so und niemanden da, ja, wie auch immer. Entschuldige. Dann Hubelino gibt es überall zu kaufen bei Amazon. Hingegen eine richtige Rarität, was es nicht überall bei Amazon zu kaufen gibt, ist eine Schatulle aus reinem 925er Serlingsstilber. Serlingsstilber, kennt man ja. Das gute alte Serlingsstilber. Die bei Bares Ferraris aufgetaucht ist. Entschuldigung. Er meinte Sterlingsstilber für alle, die es jetzt nicht verstanden haben. Die sich nicht mit Edelmetallen auskennen. Serlingsstilber ist für mich wahrscheinlich die gleiche Kategorie, was ich früher als Kind gesagt habe. Sopperstocken statt Stoppersocken und Saubstauger statt Staubsauger. Schwierige Worte. Mein Kinderwort, was ich damals immer verhubelt habe, war Papetenpapage. Es gab eine Tapetenpassage bei uns in Düsseldorf von einem Tapetengeschäft und das hieß halt die Tapetenpassage und ich konnte das nicht aussprechen mit 3, 4. Ja, hatte ich auch. Ich konnte Möwe nicht sagen. Ich habe immer gesagt, Mama, da oben fliegt ein Löwe. Die hat sich auch immer total erschrocken. Jedes Mal, ne? Bis, naja. Also bei Bares Ferraris ist eine Schatulle aufgetaucht. Die stammt ursprünglich von, wie hieß er, Axel oder Alex? Axel. Axel. Axel Thompson. Axel Thompson war der erste Direktor der Lego Spielwaren GmbH in Deutschland. Die ist 1956 gegründet worden als erste ausländische Vertriebsgesellschaft. Und drei Jahre später hat der von Gottfried Kirk, also dem damaligen Lego-Geschäftsführer, der, es war, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach dem Tod von Ole Kirk, hat er diese Schatulle überreicht bekommen als Dankeschön für 49,6 Millionen D-Mark Umsatz. Es ist also eine Silberschatulle gewesen mit Zedernholz ausgekleidet und die hat er dann irgendwann seinem Sohn vererbt. Und der ist jetzt tatsächlich bei Bares Ferraris aufgetreten und wollte das Ding verkaufen. Jöster hieß der gute Mann, glaube ich, Göster geschrieben. Oder, ich glaube, Jöster hat er gesagt. Ja. Jedenfalls hat er das Ding da feil geboten. Und erst als ich das gehört habe, war ich schon so, warum? Weil es wurde so eingeblendet, dass Jöster Thompson Unternehmensberater ist. Und der wollte 1.000 Euro für das Ding. Und dann denke ich so, da muss man seinen Vater schon sehr doll nicht gemocht haben, oder? Wenn man so ein Erbstück für 1.000 Euro rausgibt, wenn man Unternehmensberater ist. Also ich kenne natürlich die finanzielle Situation jetzt nicht, aber ich habe das gesehen und dachte so, also wenn ich jetzt ein gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt hätte, würde ich das Ding, glaube ich, lieber behalten, als 1.000 Euro dafür zu kriegen. Und im Endeffekt hat er es ja dann auch nur, also er wollte 1.000 Euro haben, der Experte hat es auch auf 1.000 Euro etwa geschätzt. Und am Ende ist so ein ganz kleintrittiger Bieterkrieg entstanden. Und das Ding ist für 820 Euro verkauft worden an Julian Schmitz-Avila. Der ist einer der Händler da gewesen. Das ist ein Antiquitäten- und alte Möbelhändler. Und der hat das für 820 Euro verkauft. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Das war das erste Mal bei Baris Ferraris, dass ich mich geärgert habe. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass in der kürzeren Zeit Lego da aufgetaucht ist. Beim ersten Mal gab es ja so diesen Shitstorm im Prinzip, der ja eigentlich ziemlich ungerechtfertigt war. Beim zweiten Mal hat sich niemand mehr so doll aufgeregt. Da waren nur noch so ein paar hängen gebliebene Leute bei YouTube, die gedacht haben, dass der Typ da total über den Tisch gezogen wurde. Und dieses Mal hat sich komischerweise irgendwie keiner aufgeregt. Nur ich saß hier und habe gedacht, so ein Ding hätte ich schon gerne. Also das ist ja wirklich ein Einzelstück. Es ist zwar jetzt irgendwie keine krasse Star-Wars-Minifigur, die es selten gibt, aber es ist schon irgendwie was Besonderes. Und ja, ich habe mich irgendwie geärgert. Naja, ich habe dann daraufhin nicht unbedingt, weil ich es ihm abkaufen wollte, sondern mehr aus Interesse eine Mail an Julian Schmitz-Avila geschrieben. Weil der auch mal im Interview gesagt hat, dass so Dinge, die er in der Sendung kauft, aufgrund der großen Publicity, die diese Sendung hat, eigentlich immer sehr schnell wieder den Besitzer wechseln. Und ich habe, glaube ich, einen Tag, nachdem die Sendung war, habe ich ihm eine Mail geschrieben. Und da kam tatsächlich heute Morgen jetzt erst die Antwort, ja, das Ding ist schon verkauft. Das ist weg. Er hat keine Details leider genannt zum Preis. Ich denke mal, für deutlich mehr ist das Ding über den Tisch gegangen. Wenn das so schnell verkauft wurde, dann bestimmt nur, weil jemand bereit war, sehr viel dafür zu bezahlen. Und ja, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich gesagt hätte, ich wäre bereit, 1.000 Euro dafür irgendwie zusammenzukratzen, hätte der mich wahrscheinlich ausgelacht. Da ist ja allein seine Mehrwertsteuer schon, die er drauflegen muss, mehr gewesen. Ja. Deshalb, naja. Also ich schätze mal, so ein Ding geht dann bestimmt für 2.500 bis 3.000 Euro weg. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht irgendjemand, ein krasser Sammler bereit ist, noch mehr dafür zu bezahlen. Ich weiß natürlich nicht, ob da ein Bieterkrieg ausgebrochen ist. Ja, aber fand ich eine interessante Geschichte. Kann man sich mal angucken. Das Video ist eine schöne Schatulle gewesen. Herzlichen Glückwunsch an den Sammler, der sie hat, falls du hier zuhören solltest. Als ob. Sag mal, was du bezahlt hast. Das würde er sicher machen. Ja. Und danach würde er sie einpacken und dir zuschicken. Genau, einfach so, ja, ich habe gehört, du willst sie gerne haben. Bitteschön. Ja, ich glaube, das wird auch mal angemessen. So ein Dankeschön einfach. Kommen wir weg von Silberschatullen? Oder hast du da noch irgendwie? Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass mir tatsächlich mein Salz- und Pfefferstreuer besser gefällt als die Silberschatulle. Aber ich habe es halt auch nicht so mit Metall. Ich bin eher so der Holz. Du hättest auch einfach vielleicht einfach oben Löcher reinbohren in die Silberschatulle und dann unten Salz und Pfeffer zusammen reintun, weil im Prinzip salzt und pfeffert man ja eh immer alles. Und dann hättest du quasi statt ein, also zwei einmal ein Bricks, hättest du ein, einmal zwei Brick gehabt in der ähnlichen Größe und hättest gleichzeitig salzen und pfeffern können. Aber dafür hätte ich die, äh, Schatulle auch irgendwie verschließbar machen müssen. Sonst wäre der Deckel ja runtergefallen beim Befütteln. Äh, zuschweißen an der Seite. Okay, das kriege ich hin. Einfach, stell dir mal vor, du kaufst so ein Ding, also du kaufst wirklich so ein Sammlerstück und dann machst du nachher so ein Video, so ein Upcycling-Video vermeintlich. Und du sagst, ja, also hier an der Seite habe ich das mit Sekundenkleber zugeklebt, äh, dann hinten so ein Loch reingebohrt mit so einem Gummifropfen, damit ich das auffüllen kann. Und dann habe ich daraus einen Salzstreuer gebastelt. Und das postest du dann bei YouTube. Du sagst, ja, also ich habe eine Schatulle gekauft für, äh, 3000 Euro. Und dann auch so richtig schlecht gelötet. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Salzstreuer. Ja, genau. Furchtbar. Oh. 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 Lass lieber mal in den Katalog gucken. Ich habe keinen, ich habe dafür keinen. Lass mal gucken, ob wir uns wirklich was aus Plastik kaufen können, was in, äh, reichbar, in erreichbare Nähe kommt von meinem finanziellen und, ähm, ästhetischen Wohlbefinden. Ja, das stimmt. Oder wir gucken, werfen einen Blick auf Ikea. Weil Ikea hat ja auch Salzstreuer, glaube ich. Ah, Ikea habe ich ganz vergessen. Ja, Bügeleck. Also Ikea-Namen, ne? Ja, ich habe mir da mal ein Spiel ausgedacht. Ähm, das, das wäre was für so eine Quizshow. Ist ein wunderbares Konzept. Wenn ihr das übernehmen wollt, ähm, vorher fragen und mich bezahlen, wenn ihr daraus eine echte TV-Show umsetzt. Weil, ähm, ist genial. Kann ich nicht einfach umsonst rausgeben. Aber folgendes, äh, ist wie eine Quizshow. Da bekommen Leute Namen oder, ja doch, also Leute bekommen Namen von Ikea-Möbeln angezeigt und müssen dann einen Satz bilden, wo sie, wo das Ikea-Möbelstück als Name drin vorkommt. Lassen den Teil aber weg und andere Leute müssen dann erraten, wie das Ikea-Möbelstück heißt. Ist klar? Ja, ich habe das sofort auf Anhieb verstanden. Bitte erklär es nie wieder. Ich mache, ich mache einfach mal ein Beispiel dazu. Ähm, ich habe, ich habe einen, einen Spiegel, ähm, in meinem Badezimmer hängen, der heißt Ehennoten. So, und dann könnte man da jetzt, ähm, einen Satz rausbilden, also einen Lückensatz und da könnte ich sagen, äh, äh, was, wie, ähm, ja, meine Mutter und meine Schwester, die nerven mich manchmal, aber ist mir egal, weil sind ja Ehennoten, zum Beispiel. So, das ist jetzt, so, was, ein super Beispiel. Nein. Also, ihr wisst, ihr seht schon, das Prinzip funktioniert wahnsinnig gut. Aber kann man, man kann, ich finde, man kann bei Ikea-Möbeln immer einen Satz bilden, wo man den Namen des Möbelstücks als Ersatz für irgendein Wort nimmt oder für irgendwas Witziges. Okay. Funktioniert vielleicht auch nur in fünf Prozent der Fälle. Ich überlege gerade wirklich zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts etwas rauszuschneiden. Sprechen wir bitte ganz schnell über Bückleck und die Ikea-Lego-Kooperation, ja? Ich möchte, wenn wir jetzt schon so dabei sind, ähm, weiß ich wenigstens, warum ich, äh, 50 Mal busig in meiner Schublade liegen hab. Ja, siehste, busig, das ist doch, das ist doch witzig. Ja, das sind, äh, übrigens Servietten. Busig. Ja. Ähm, ja, äh, die Ikea und, äh, Lego haben ja schon vor einem Jahr gesagt, äh, oh, wir kooperieren und, äh, äh, jetzt haben sie richtig einen rausgehauen und haben gesagt, äh, es wird Bückleck kommen. Ähm, dafür haben sie sehr viel Text, äh, verschwendet, weil viel mehr Information ist es nicht, äh, ähm, ist es tatsächlich so, dass, äh, sie nicht gesagt haben, was für Möbelstücke sie sich vorstellen, sondern eher dafür, ähm, ähm, gesagt haben auf der, äh, Democratic, ähm, Design Days, äh, das ist ein Presse-Event von Ikea. Ähm, da haben sich Erasmus Buch Lockstrup, ähm, ein Designer von der Lego-Gruppe und Andreas Frederiksen, der ist Designer von Ikea, hingesetzt und haben erzählt, dass es Diskrepanzen, ähm, zwischen Erwachsenen und Kindern gibt, ähm, beim Umgang mit dem Spielen an sich, ähm, und, äh, ja, dass es halt Probleme gibt, ähm, wenn Kinder spielen, dass sie nicht so sehr auf Ordnung achten und, äh, ähm, mehr so dieses Haufen-Prinzip, was ich, äh, erwähnt hatte, äh, gerne mal nutzen, ähm, und wie, du machst jetzt wieder da einen, äh, Fäkal-Witz draus. Verdammt, das hab ich selber gemacht. Äh. Wie kommst du denn immer aus sowas? Ich hab einen sehr ausgebildeten und, äh, hochwertigen Humor. Stimmt. Äh, nutzt. Lustige Ikea-Namen, grad noch ein paar rausgesucht. Übrigens, wo sind sie jetzt? Hab ich den Tab schon wieder zu? Stenker. Ist ein Baby-Badetuch. Guck mal, also, Ja, mach's gut. Kackling. Kackling. Ist eine Klobe. Ist eine Osterdekoration. Ah, okay. Ne. Ähm. Kacke. Es gibt auch einfach, Kacke ist eine Vase. Ja. Lustifick. Rektal. Ist ein Bettgestell. Also, als, das kann mir doch keiner erzählen, dass man da nicht ein witziges Spiel rausmachen kann. War vielleicht eben schlecht erklärt, aber, naja. Ich mein, du, äh, du, ist es schwedisch oder dänisch, in dem, äh, Ficklampe Taschenlampe heißt? Es ist immer wieder lustig. Ja. Ich kenn ja nichts dafür, dass Fick Tasche heißt. Ja, ist, nee, ist schon, ist schon witzig. Also, aber ich bin, ich, stotter ich auch schon so rum. Ich krieg keinen graden Satz raus. Ähm, ich freu mich auf Bückleck und, ähm, auch auf die Kooperation da, weil, äh, ich bin grundsätzlich ein Ikea-Fan, kauf auch sowieso schon viel Lego-Kram bei Ikea und bin mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn die sich mal wirklich Mühe geben, was zusammen zu machen, was aufeinander abgestimmt ist. Ist, dass halt nicht nur zufällig die Minifiguren so toll in die Ikea-Bilderrahmen passen, sondern, dass dahinter vielleicht ein System ist. Ähm, ich denke mal, sie beziehen sich dabei hauptsächlich auf den, auf die Kinderspielecke, was auch okay ist. Ich hab natürlich auch bei uns die Kommentare gelesen und, äh, viele Leute wünschen sich dann natürlich Vitrinen und so ein Kram, halt Sachen, die speziell für Lego-Sammler irgendwie sind, ähm, für erwachsene Lego-Sammler. Da glaub ich halt nicht dran, dass es passiert, aber fänd ich natürlich auch schön. So diesen Ikea-Tisch, wo der Millennium-Falken reinpasst oder so, so ein Sofa-Tisch. Ja gut, es gibt ja solche Sofa-Tische, aber nicht von Ikea halt. Ja, aber nicht von, nee, nicht von Ikea und es gibt auch keine, die man so einfach kaufen kann. Doch. Den perfekten müsste man selber bauen. Nein, es gibt einen, ähm, äh, aus einem, ähm, ich glaub, da kostet nur der Tisch, äh, 1300 Euro oder sowas. Ist ein weißer Designertisch. Ja, dafür baue ich den auch. Mit, äh, mit, äh, Glaseinlass, ähm, wo, äh, normalerweise, äh, einfach unten drunter kann, dann kannst du, was weiß ich, Sand kippen oder so und dann Muscheln reinlegen und dann sieht das schön aus. Kaufst du dir für 1300 Euro einen Tisch und kippst Sand und Muscheln rein. Ja. Klasse. Äh, äh, dann doch lieber, äh, 1300 Euro einen Tisch kaufen, für 800 Euro dem Land im Falken drumherum, äh, reinstellen und drumherum, damit's nicht so, äh, langweilig aussieht, noch den Hangar bauen. Äh, den hab ich auch mal ausgerechnet, kostet, glaub ich, 1300 Euro allein die Teile bei Bricklink. Ja. Die meisten, ja. Ähm, was, was hier jetzt halt, ähm, äh, ja, gesagt wurde, ist, dass es, äh, wirklich, ähm, Erwachsene anders sortieren als, äh, Kinder und, ähm, Kinder halt mehr nach Geschichten, ähm, aufräumen und Männer, äh, erwachsene Menschen halt, äh, eine Typologie, also Socken in die Schublade, in Gürtel in eine andere und sowas. Und, ähm, Kinder würden das nach Geschichten, äh, trennen und darum geht's halt so, dass die Kinder nicht aufhören müssen, ihr Spiel zu unterbrechen und deswegen, ähm, zum Beispiel vor den Monitor gehen und, ähm, lieber Computerspiele spielen, weil sie dort das Problem nicht haben, dass sie ihr Spiel, ähm, an einer anderen Stelle wieder neu aufbauen müssen. Weil wenn du, also das ist genau das, was ich auch nachvollziehen kann, ähm, dass, wenn du, äh, dir vorstellst, oh, ich möchte gerne ein Raumschiff bauen und du hast jetzt gerade die Seiten, äh, die ganzen Teile aus der Kiste, äh, raussortiert, die du voraussichtlich brauchen wirst und die irgendwie auf einen Haufen getan und hast einen anderen Haufen daneben für die Sachen, die du auf keinen Fall verwenden willst und der dritte Haufen ist das, wo du schon angefangen hast zu bauen. Und dann kommt jemand und sagt, ähm, hier muss gestaubsaugt werden, räum mal wieder alles weg, dann bist du ja beim nächsten Mal wieder in der, ähm, doofen Situation, diese Haufen erst wieder herstellen zu müssen oder du musst irgendwie eine andere Sortier, äh, Funktion dir überlegen, was du halt als Kind überhaupt nicht machst. Du schmeißt halt alles wieder in deine große Lego-Kiste, in der du gekramt hast. Und, ähm, da wäre es wahrscheinlich so, ich kann mir sowas vorstellen wie ein Schreibtisch, bei dem Scharniere in die, äh, in die Tischplatte eingelassen sind, dass man die obere Tischplatte einfach hochklappen kann, was weiß ich, vor dem Bildschirm sogar eventuell, weil das hinten noch der Rechner stehen kann oder so, dass die Hälfte des Schreibtisch aufgeklappt werden kann und man kann da drin bauen oder so und kann dann einfach wieder zuklappen. Wenn es gesagt wird, oh, jetzt musst du aber Schularbeiten machen, oh, jetzt musst du aber dies oder das, äh, machen oder jetzt muss geputzt werden oder so oder dass irgendwelche Sachen einen doppelten Boden hatten, das hat auch jemand mal, äh, geschrieben, ein doppelter Boden fürs komplette Kinderzimmer, hat, äh, äh, Skywalker geschrieben, ähm, wo das Chaos seiner Jungs, äh, und nicht nur Lego drunter passen würde, ähm, allerdings würde das bei ihm die Kopffreiheit stark einschränken dann. Aber, ja, sowas stelle ich mir halt vor, dass man irgendwie, äh, unterm Sofa eine Kiste hat, ähm, die man da drunter auf und zu ziehen kann, schieben kann oder so, oder unter dem, äh, ähm, doppelten Boden in einem, äh, Tisch, den man im, äh, Wohnzimmer genauso nutzen kann wie im Kinderzimmer oder sowas, äh, äh, oder das, äh, unterm Bett halt eine Schublade ist, die aufgeklappt werden kann, aber wo du nicht über eine gerade hinweg krabbeln musst als Kind, äh, sondern wirklich eine gerade Fläche kriegst, wo du halt mehrere Scharniere hast oder sowas, die dir dann komplett versenken kannst. Sowas würde ich mir vorstellen, wäre eine ganz gute, äh, Idee für mich. Ich würde dann den Schreibtisch mir wahrscheinlich auch zulegen. Also, bei deinen ganzen Ausführungen fehlt mir gerade ein bisschen der Sammanhang. Der Sammanhang? Ja, das ist zum Beispiel auch wieder sehr witzig gewesen, weil Sammanhang ist ein Name einer Vitrine von Ikea. Glaub ich. Hat jemand in die Kommentare geschrieben. Ja, ähm, ich, ich fände's, du hast ja auch in dem Artikel so ein bisschen anlauten lassen, dass du es eigentlich, äh, schade findest, ähm, dass sehr viel Text benutzt wurde, um zu sagen, 2020 gucken, weil dann mal was kommt. Ja. Und, äh, deshalb bin ich mal optimistisch und bin gespannt, was, äh, da passiert, aber ich denke, auch diese Kooperation wird jetzt erstmal für ein paar Monate auf Eis gelegt, bis wir dann das nächste Mal, ähm, was davon erfahren werden. Mhm. Ja. Viel näher in der Zukunft, nämlich schon in genau einer Woche im VIP-Vorverkauf, ist das neue Jurassic Park D2C-Set. D2C steht für Direct-to-Consumer, also ein großes, ähm, zeitweise exklusives Set, äh, 3.120 Teile, Setnummer 75936, 249,99 Euro soll es kosten. Rick, wir haben noch nicht darüber gesprochen, ich hab null Ahnung, wie du zu dem ganzen Thema stehst, deshalb, magst du Jurassic Park? Ich mochte den allerersten Film. Okay. Ähm. Ich glaub, darüber hatten wir doch schon mal gesprochen. Ja, ich glaub auch, weil ich... Hatten wir kurz letzte Woche das schon mal... Mist. Ich bin, ich bin einfach nie dieses Kind gewesen, was sich für Dinosaurier interessiert hat. Also, das hab ich ja schon mal anklingen lassen bei einem Ideaset mit den, äh, Skeletten. Ähm, ja, ich find das toll, wenn man durch Museum geht und man sieht, äh, so ein, äh, Dino aufgebaut. Ähm, aber mir sind die, ansonsten die Dinos eigentlich in dem Museum genauso egal wie die Dinos im, äh, Lego Haus, ähm, es ist mir wurscht. Also, es sind ausgestorbene Tiere, ja, beeindruckend, blibblablub. Ich hab mich nie so dafür interessiert, ich war immer so mehr Weltall, äh, interessiert, aber, ähm, kann das absolut nachvollziehen, dass viele Leute das feiern und auch dieses, äh, Set ganz, ganz interessant und, äh, ähm, spannend finden. Und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Umsetzung geworden, so auch von der Größe her. Ja, da wollte ich jetzt mal fragen, weil wenn, also wenn du sagst, dass du zumindest den ersten Film gut fandest, dann, das ist ja der erste Film, ne? Also, sechs Minifiguren aus dem ersten Film, die, äh, Charaktere kurz, äh, ich muss kurz selber durch meine Liste scrollen, damit ich sie nicht auswendig können muss. Dr. Alan Grant, Ellie Settler, John Hammond, Ian Malcolm, Dennis Nedry und Ray Arnold sind mit dabei und ein riesiger, wirklich riesiger, 70 Zentimeter langer T-Rex vor dem Jurassic Park-Tor. Das sind so die groben Bestandteile. Ja, du hast, du hast 3.120 Teile für einen Preis von 250, äh, Euro finde ich jetzt auch nicht mal so wirklich teuer für ein, ähm, äh, für ein Lizenzthema, gell? Genau, und vor allem, ähm, sind hier ja, zumindest an dem Tor, auch einige große Platten verbaut, auch am Dino, also, nicht ganz so viele riesige, aber zumindest einige größere Teile verbaut. Ähm, dann Lizenzthema, das sind 8 Cent pro Stein, ähm, das finde ich echt in Ordnung und es erstaunt mich da, dass halt so extrem viele Leute halt sagen, das Set ist maßlos überteuert. Ich glaube, das liegt halt daran, dass man einmal die Größe nicht so ganz einschätzen kann, das wirkt auf den Bildern an sich erstmal deutlich kleiner, als es dann ist, äh, wenn man sich das Video anschaut. An dieser Stelle, ähm, ganz klare Empfehlung, äh, schaut bei der Klemmbaustein-Lyrik von Henry vorbei, der hat, äh, das Set schon filmen können in Bill und bei den Fan-Media-Days. Da kann man ein bisschen sehen, wie groß das Ding ist, ähm, und das ist schon wirklich wahnsinnig groß. Aber ich glaube, dass trotzdem für viele Leute gefühlt so dieses, naja, sie machen dieses Set, es gibt nicht mal ein Jeep und dafür soll ich 250 Euro bezahlen. Ich glaube, das ist der Gedanke, den viele Leute haben, ähm, der denen so ein bisschen sauer aufstößt. Das kann durchaus sein, ja. Man kennt ja auch dieses, äh, Lego-Idea-Set, was ja deutlich kleiner war, also wirklich viel kleiner. Und ich glaube, viele haben... Genau, darüber sprechen wir gleich nochmal ganz ausführlich. Ja, da, 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 da haben viele, glaube ich, auch diese Referenz, äh, ähm, eher im Kopf, äh, dass das mit den Bühnengrößen nicht passen war. Und da wäre es wahrscheinlich auch anders, aber ich finde halt auch diese Räume, ähm, die in diesem Tor, äh, verbaut sind und so, äh, das ist schon gut gemacht. Es ist nicht mein Ziel. Das finde ich furchtbar. Echt? Ich finde das gut. Ja, also ich, das stört mich auch, das, äh, vielleicht ist das so ein bisschen die Enttäuschung, dass kein Besucherzentrum kam. Wir hatten ja auch mal darüber spekuliert auf Stonewalls. Ich sag wirklich spekuliert, weil wir haben damals ja auch gesagt hier, das ist reine Spekulation aufgrund der, äh, aufgrund der Ideen, die man so hat, was irgendwie passieren könnte. Das war nicht irgendwie begründet durch irgendwelche Infos, die wir hatten. Ja. Ähm, und da hatten wir auch gedacht, es, oder ich hatte den Artikel ja damals geschrieben, ich will dich da nicht mit reinziehen in meine falschen Vermutungen. Alles gut. Dass das Besucherzentrum vom Jurassic Park kommt. Aber im Nachhinein macht das schon Sinn. Und das hatte damals, glaube ich, auch Leute, ich weiß nicht, ob es der Lars in die Kommentare geschrieben hat oder jemand anders, ähm, dass das Besucherzentrum nicht ikonisch genug ist. Und das stimmt schon. Das sieht man eigentlich nur ganz kurz von außen. Und dieser krasse Moment im Film, wo die Musik einsetzt, das ist im Prinzip, wo man, ähm, durch dieses Tor fährt. Und deshalb macht es schon Sinn, dass das Tor kommt. Aber mich stört total, dass, halt, das Tor natürlich im Film, ähm, also das ist ja nicht, nicht mal ansatzweise Minifigurenmaßstab, ist ja viel größer hier im, im Set. Und, ähm, das ist ja eigentlich nur ein Tor. Und jetzt haben sie hier im Hintergrund einfach auf der Rückseite, die sich wahrscheinlich nie jemand anschauen wird, weil es halt kein Spielset ist. Und weil die, das auch sonst von hinten nicht besonders schön ist, haben sie einfach angefangen, so kleine Räume reinzusetzen. Und im dritten Stockwerk einfach, das ist ein Raum, da passt einfach nur ein Klo rein. Und da frage ich mich dann schon, naja, hätte man das nicht irgendwie einfach weglassen können und dafür ein Jeep reinsetzen können? Also in das Set ein Jeep da mit beipacken können? Ich finde es witzig, diese kleinen, ähm, Orte zu haben. Also, ich finde es nicht, ähm, wirklich wichtig, ähm, dass sie das da reingebaut haben. Aber die reflektieren halt auch nochmal, äh, gewisse Szenen aus dem Film, ähm, was ich halt irgendwie angenehm finde. Dass es so eine Referenz dazu nochmal gibt. Es ist, ja, es ist blöd, weil es an der Rückseite ist, ähm, und das wirklich ein Präsentationsding ist, was man wirklich eher auf ein Sideboard stellt und, ähm, in der Nähe vom Fernseher vielleicht, äh, stehen hat, wo man seinen ganzen anderen Film-Merch, äh, stehen hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Anspielungen irgendwie ganz nett. Und zumindest, wenn du schon so ein großes, äh, Tor baust, ist es dann nicht mehr ganz so repetitiv. Hm, ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich finde trotzdem, dass das Herzstück des Sets ist auf jeden Fall der Dino. Und das ist ja auch das, äh, Ding, ähm, was eigentlich als Grundlage genommen wurde, wo man dann gesagt hat, wir müssen zu diesem Dino noch irgendwas machen. Das ist halt ein sehr großes Tor geworden. Aber den Dino finde ich tatsächlich wahnsinnig beeindruckend und geil, allein schon, weil der halt so lang ist, ähm, und das Tor finde ich dann nur, vor allem von hinten, nur so geht so. Von vorne schön und ikonisch und so, macht Spaß, auch die Minifiguren auf dem Präsentationsständer dabei sind toll. Ähm, alles, was hinten ist, hätte man für meinen Geschmack weglassen können. Ich hätte mir da halt eher ein Auto gewünscht, aber vielleicht machen sie hier so den umgekehrten Ghostbusters-Move, weil da gab's ja damals das Auto und danach kam das Hauptquartier. Vielleicht kommt jetzt das Tor und den Jeep reichen sie irgendwann noch nach. Ähm, das fände ich cool. Dann könnte man den Jeep noch irgendwie hinstellen, wie er durch das Tor fährt, daneben den T-Rex, davor die Minifiguren. Das wäre für mich so ein rundes Display-Set, sage ich mal. Zumal dieses, ähm, Fahrzeug ja, gerade wenn man sich auch immer wieder noch den, ähm, äh, Trailer in Erinnerung ruft, dieses Fahrzeug hat halt eine absolut ikonische Einstellung mit dem Auge, was, ähm, wo der T-Rex da durchguckt und, ähm, in das Fahrzeuginnere guckt und dann diesen markanten, phänomenalen Gebrüll-Schrei-Dingsbums loslässt. Ähm, brüllen-Dinos oder schreien-Dinos? Ich weiß es. Egal. Ähm, aber das ist ja diese, diese Szene, die du in dem, ähm, in dem, ähm, ähm, Film halt hast, wo dann dieser markante Schrei kommt, dieses markante Geräusch und, ähm, diese Szene hätte ich schon gerne mit so einem riesen Dino nachgestellt. Ja. Vor dem Tor. Ja, verstehe ich. Also ich finde auch, dass, also das Auto, ähm, so gefühlt der, äh, ein Hauptcharakter im Film ist, weil sich extrem viel Handlung in dem Auto und mit dem Auto abspielt. Also, ähm, erst mal wird ganz viel Zeit in dem Auto verbracht, dann werden diese Autos zerstört, dann fallen diese Autos, ähm, da diese Klippe runter und hängen oben im Baum. Also das Auto ist einfach extrem wichtig im ersten Jurassic-Park-Film. Deshalb muss das irgendwie noch umgesetzt werden. Ähm, und ich hoffe, dass das noch kommt. Aber wenn, ja, das Feedback der Fans tatsächlich so schlecht ist, wie es sich jetzt momentan überall liest auf dieses Set, dann werden das nicht so super viele Leute kaufen, zumindest nicht zum normalen Preis. Und, ähm, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Auto noch, ja, nachgereicht wird, eher gering. Mhm. Naja. Ähm. Was aber eigentlich noch viel spannender ist als das Set an sich. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, die Bilder sind alle im Blog, alles in den Shownotes verlinkt. Shownotes findet ihr, wie gesagt, unter stnw.rs slash Folge 27. Ähm, und da gibt's dann alle schönen Bilder, kann man sich angucken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das Set zum Release holen werde. Das kommt ein bisschen auch auf das Feedback noch der Leser an, wie wichtig ihnen da eine Review wäre. Ähm, muss ich mal gucken, ob das irgendwie finanziell noch ansatzweise in so eine Planung vom Sommer passt, weil da so viel anderer Kram noch kommt. Ähm, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch eine Review zu dem Set interessieren würde. Weil wir kriegen das ja nicht von Lego, wir müssen das ja immer, ähm, selbst finanzieren. Ja. Genau. Ähm, aber... Du hattest eben noch ganz kurz, äh, wollte ich noch ganz kurz darauf eingehen, ähm, an das, 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 äh, Ghostbusters-Hauptquartier angesprochen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Set gewesen, da ärgere ich mich immer noch drüber, dass ich bis jetzt, ähm, jetzt ist ja mittlerweile ausgelaufen, ähm, ähm, es war ja noch bis, äh, Ende des letzten Jahres im Sortiment, ähm, dass ich es da nicht geschafft habe, es mir bis jetzt zu kaufen. Aber eines Tages, das ist auch so ein, ähm, Ding, was auf meiner Wanted-List ganz, ganz weit oben steht. Ja. Allerdings, ähm, zu diesem Tor. Ärgere ich mich auch ein bisschen, weil das gab's zwischenzeitlich auch mal günstig, ähm, keine Ahnung. Ich hab's ja einmal aufgebaut, das muss reichen. Ich bin, manchmal bin ich echt auch so ein Hamsterer und denk so, ja, aber was, wenn das, was ich habe, mal irgendwann in Flammen aufgeht? Und was, was mach ich dann? Als würdest du die beiden nicht, ähm, ähm, äh, dass du dir ein Bankschießfach oder so für das andere dann nehmen würdest. Oder so ein Lagerraum wie in Amerika, wo man halt so die, äh, diese vielen Lagerräume, äh, nebeneinander hat mit so einem, äh, Rolltor, ähm, wo, wo du dann das nochmal separat, Nein, du hast alles in deiner Wohnung, beziehungsweise Teile in deinem Büro, ähm, das heißt, wenn's in dem einen brennt, ist auch das andere weg. Nein. Viel, gehen wir weg davon. Ja. Viel spannender als, ähm, das eigentliche Release des Jurassic Parks. Jetzt fand ich eigentlich die Diskussion, die drumherum stattgefunden hat, nämlich das eben schon von dir angesprochene Ideaset, was es da, ähm, gab. Und zwar, kurz zur Hintergrundgeschichte. Im Jahr 2014 gab es einen Entwurf von, äh, Sami Mustonen. Ich bin, Mustonen ist ein Finne, ähm, der hat, äh, 2014 einen Entwurf bei Lego Ideas eingereicht. Damals gab es ja noch nicht die Regel, dass man keine Entwürfe zu schon bestehenden Lizenzen einreicht, aber ich glaube, damals gab's auch, ehrlich gesagt, noch gar keine Jurassic Park oder World Sets. Deshalb wäre das auch, hätte das gar nicht gegriffen. Ähm, jedenfalls beinhaltet dieser Entwurf das Tor vom Jurassic Park, einen großen Brick-Build T-Rex und eben einen Jeep. Also abgesehen vom Jeep, ziemlich ähnlich, auch wenn's eine andere Skala war und das alles ein bisschen anders aussah, aber so die Idee, wir nehmen das Jurassic Park-Tor und stellen ein T-Rex dabei, die gab's halt dann 2014. Das Set hat dann ziemlich schnell 10.000 Unterstützer gesammelt und wurde dann im Mai 2015 vom Lego Ideas Team abgelehnt. Ja, und jetzt, etwa vier Jahre später, hat Lego das Ding dann selber rausgebracht. Und da gab's dann natürlich einen gewissen Aufschrei, äh, sag ich mal, wo sich Leute dazu berufen gefühlt haben, schon im Namen von, ähm, dem Fan-Designer quasi Lego anzuklagen und zu sagen, ja, Mensch, das ist aber nicht nett so, weil, ihr wisst, Lego Ideas-Entwürfe, wenn die umgesetzt werden, kriegen die Leute ein Prozent vom Netto-Gewinn, glaube ich, ähm, den so ein Set abwirft, kriegen Leute ausgezahlt. Ja, und das hat Lego hier jetzt ja entspannt umgangen. Und dann gab's natürlich viele Diskussionen und, ähm, es wurde immer die Parallele zum Ghostbusters-Haus gezogen, auch von uns, also ich will mich da gar nicht ausnehmen, wir haben das auch gemacht, ähm, immer wieder das angesprochen in verschiedenen Artikeln. Und, ähm, damals beim Ghostbusters-Haus war das auch eben so, dass jemand, äh, anfangen, wann war der Ideas-Entwurf? 2016, ein Jahr nach dem, äh, Lego Ideas-Entwurf, also 2015, genau, 2015 wurde der Lego Ideas-Entwurf abgelehnt und dann Anfang 2016, also etwa ein Jahr danach, äh, kam dann selber ein Ghostbusters-Haus raus, was halt, ich hab das, also mein Ghostbusters-Haus mal aus der gleichen Perspektive wie das Ideas-Bild fotografiert, ähm, dieses, da ist ja schon eine gewisse Ähnlichkeit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und auch im Inneren waren da ein paar Sachen gleich und so und damals, ähm, hat das der Ideas-Designer gar nicht so witzig gefunden und, ähm, war ein bisschen angepisst vor allem, weil er irgendwie wenige Tage vor dem Release oder der Ankündigung des Sets noch in Billund war und sich mit Lego-Designern unterhalten hat und, ähm, ihm gegenüber kein Wort erwähnt wurde und, ähm, da gab's halt danach große Diskussionen über die Art der Kommunikation von Lego und, ähm, ja, ich glaube, diese Partnerschaft ist nicht so ganz im Positiven auseinandergegangen. Und, ähm, hier wurde jetzt immer wieder auch so die offene Frage in den Raum gestellt, war das eigentlich, ist das, ist hier genau das Gleiche, müssen wir uns wieder aufregen oder nicht? Ähnlich. Und, ähm, die Diskussionen sind sehr schnell angewachsen und Lego hat dann auch direkt ein offizielles Statement rausgehauen, wo im Prinzip drinne steht, äh, naja, also der, der Dino, also dieser Brickbill T-Rex, der ist schon seit 2012 vom Lego-Designer Mike, äh, Psiaki, entworfen worden und seitdem steht er im Prinzip bei dem im Regal in verschiedenen Versionen, ist immer wieder weiterentwickelt worden und, ähm, dazu wurde dann irgendwann das Tor gebaut und dann verweist man eben noch auf die Lego-Adiers-Richtlinien, wo im Prinzip drinne steht, sowas kann immer mal passieren. Wobei, ähm, tatsächlich, also ich, äh, ich bin ja bekannt dafür, ähm, äh, dass Lego mich bezahlt für meine Meinung, äh, für meine positive Meinung, das, äh, hat man ja schon öfter auch in den Kommentaren gelesen, äh, bei uns auf der Seite, ähm. Ähm, ähm, ich, ich dachte, ich wäre das gewesen, ich hab doch 40.000 Mark bekommen für die Antwort. Ach ja, stimmt, 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 das war's. Ähm, äh, ich komm da immer durcheinander, ob ich jetzt der Good Guy und du der Bad Guy oder andersrum eben der Verhörtaktik sind, ähm, ich persönlich find ja immer so, gerade bei so Sachen, die halt auf irgendwas basieren, wie ein Ghostbusters-Headquarter, wie ein, ähm, ähm, Tour von Jurassic Park. Also, du hast nicht viele Varianten. So, das ist so, als würde einer sagen, ähm, oh, guck mal, der Schriftzug auf dem Jurassic Park-Tor ist der gleiche, der bei der Lego Ideas-Entwurf von 2015 drauf war. Ja, natürlich. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich hab, hab mir da auch, ich hab da lange Gedanken drüber gemacht. Ich wollte da auch von Anfang an eigentlich nicht anklagend sein, aber ich fand's halt spannend, die Frage so in den Raum zu stellen erst mal. Und was ich halt gedacht hab, naja, also dieses Tor umzusetzen, da kann man niemandem was vorwerfen. Und einen T-Rex umzusetzen, kann man erst recht niemandem was vorwerfen. Beides war schon zigmal eingereicht worden auf Lego Ideas. Ähm, halt für sich genommen gab's verschiedene T-Rex, für sich genommen gab's Jurassic Park-Tore. Beides zusammenzupacken macht nur bedingt Sinn, weil das ist ja keine Szene, die im Film vorkommt. Wenn's da jetzt diese Szene gäbe im Film, wo irgendwie der T-Rex durch das Tor durchbricht, also wenn ich die nicht vergessen habe, würde ich mal sagen, die gibt's halt nicht. Und, ähm, deshalb, also dieses Zusammenspiel von T-Rex und Tor, da kann man schon auf die Idee kommen und sagen, naja, also, dass Lero vielleicht diesen T-Rex im Regal stehen hat und dann irgendwann mal gesagt hat, naja, wir brauchen noch was dabei, was machen wir? Ja, ja, nehmen wir das Tor, weil das wollten die Leute ja sowieso mal haben. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das, glaube ich, ist auch wirklich das Einzige, was da an Inspiration geflossen ist. Und da muss man auch sagen, man kann sich ja nicht im Keller einschließen und sich vor Ideen verschließen, weil wenn man halt eben im Internet unterwegs ist und gerade für Lego arbeitet, natürlich bekommt man da mit, was auf Lego Ideas passiert. Und eventuell nimmt man dann mal so eine Inspiration ganz unbewusst irgendwie auch mit. Also, ohne dass man das möchte. Also, ich muss jetzt hier tatsächlich auch Lego verteidigen. Ich will nicht sagen, dass es da keine Inspiration gegeben hat, aber man kann so eine Inspiration halt eben auch nicht ausschließen. Und ich bin, also, Lego hat ja diese Geschichte, dass der T-Rex schon seit 2012 im Prinzip so halbfertig im Regal steht, ja, veröffentlicht und ich nehme die denen ab, ehrlich gesagt. Weil das wäre halt Quatsch, wenn sie das einfach, also, das wäre eine schwache Ausrede, wenn sie es als Ausrede nutzen wollten, glaube ich. Ich weiß nicht. Was mir allerdings am wichtigsten war, oder ja, du? Ich finde halt, das muss ich tatsächlich nochmal auf diesen alten Shitstorm beziehen. Bei dem Lego-Haus, bei dem Ghostbusters-Haus oder Headquarter war es ja auch so, dass das Ding so einen Klappmechanismus hatte und dass der Ecto-Ions da reinpassen sollte und so weiter. Was ja viele Ähnlichkeiten auch mit dem letztendlichen Set hatte, was dann später rausgekommen ist. Aber daran sieht man halt auch, auch wenn das hier nur ein Jahr ist, der Ecto-Ions war ja schon draußen. Das heißt, es gab dieses Lizenzthema ja schon bei Ideas. Genau. Und danach hat man ja auch diese Regel eingeführt, dass man das jetzt nicht mehr darf. Aber das Ghostbusters-Haus wurde, glaube ich, davor schon eingereicht. Der Heinzelmännchen weiß bestimmt wieder, seit wann diese Regel aktiv ist. Es steht auch irgendwo in den Kommentaren. Ich habe es nur gerade nicht vor mir. Ich bin, äh, ähm, ich finde das halt immer so schwierig. Ähm, selbst wenn, du hast ja heutzutage immer noch die Möglichkeit, irgendwas einzureichen. Und es wird dir ja nicht direkt unter der Nase weggestrichen, wenn es zu einem bestehenden Lizenzthema gehört. Also du kannst ja trotzdem was von Star Wars einreichen, wenn du das, äh, machen möchtest. Und manchmal kommt es... Ja, geht das? Ich dachte, die würden dann gelöscht, ehrlich gesagt. Äh, nee, es gibt immer wieder mal was, äh, was Lizenzthemen bei Ideas, ähm, ausmacht. Ähm, wo man dann, äh, äh, Teile sieht, die, äh, halt nicht gelöscht worden sind. Ähm. Okay. Also es gibt zumindest, äh, ähm, äh, warte mal. Ich hatte gemeint, ich hätte... Ja, hier ist es. Ähm, es gab 2018, also da ist ja diese Regel schon in Kraft gewesen, ähm, gab es ein Diorama basierend auf dem, ähm, Buch. Ähm, auf diesem Storybuch, was man hier so aufkloppen kann. Und wie heißt denn dieses, das Märchenbuch? Ja, hm. Ähm, du weißt, was ich meine zumindest. Ja, ja, ich weiß es. Da gab es ein Diorama, ähm, Star Wars Dogfight Pop-Up Storybook. Ähm, da hatte einer das Eingereichten. Das ist, ähm, halt auch nicht, äh, äh, gelöscht worden oder so. Ah, nee, das war eine Contest-Entry. Da, da hab ich mich wahrscheinlich vertan. Okay. Ja, also bei sowas sind diese Regeln ja teilweise schon mal, ähm, so ein bisschen aufgeweicht für diese Contests und so. Ja, bei dem, äh, es gibt ja jetzt auch zu diesem, äh, genau zu diesem, äh, äh, Set, was jetzt demnächst kommen wird, ähm, mal mit dem T-Rex auch gerade einen Contest. Der ist gestartet. Bis zum 17. Juli läuft der noch. Okay. Ähm, genau. Genau, und was mir dann, oder was ich dann gedacht hab, Mensch, alle schreiben jetzt irgendwie, also in den Kommentaren stand dann auch oft bei uns und auch bei anderen Blogs so, Mensch, der Designer ist jetzt bestimmt angepisst und wenn ich der wär, wär ich jetzt sauer. Und dann hab ich gedacht, naja, gut, ähm, wir haben ja 2019, so jemanden zu erreichen, kann ja nicht so schwer sein. Äh, und hab mir den auf Instagram rausgesucht und hab ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hat, ein kleines Interview mit uns zu machen und ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, und der war super nett, der liebe Sammy Sammy, äh, aka Senteosan, hieß der, glaube ich, früher auf, ähm... Ideas. ...auf Lego Ideas. Äh, hat auch eine tolle Website, ähm, und einen tollen YouTube-Kanal tatsächlich. Und einen sehr schönen Instagram-Account. Ja, ist alles verlinkt in unserem Beitrag, ähm, folgt dem mal, damit der auch was davon hat, dass er mit uns dieses schöne Interview gemacht hat. Ähm, und ich hab den einfach mal gefragt, ähm, hab das Interview dann übersetzt und ein bisschen so, also es war so ein sehr Instagram-iges Interview mit Schreibfehlern und so und, ähm, naja, ich hab das dann alles ein bisschen zurechtgeschnitten, aber die Aussagen sind immer die gleichen und hab ihn halt gefragt, was er eigentlich davon hält. Also, ich, ich kann ja mal kurz durchgehen. Also, ich hab ihn gefragt, ob Lego ihn jemals bezüglich des Ideas-Entwurfs kontaktiert hat, nachdem das Set abgelehnt wurde und, ähm, hat er gesagt, nein. Nein, das haben sie nicht, nein, das haben sie nach der Nachricht über die Ablehnung nicht getan, zumindest nicht bis gestern. Gestern hab ich eine Mail von, ja? Ich würd's vielleicht nicht alles komplett vorlesen, es ist ein, äh, sehr, sehr geiles Interview, find ich, find ich auch sehr umfangreich, ich will dir jetzt auch wirklich nicht reingrätschen, aber ich, ähm, ich finde tatsächlich, dass die Grundaussage, ähm, äh, hier für den Podcast zumindest reicht. Also, wer das lesen will, der... Also, vielleicht nicht. Na gut, also, die Grundaussage ist... Er ist nicht sauer. Sami ist, ähm, total... Ja, genau, Sami ist total zufrieden damit, ähm, Sami findet's cool, dass das Set jetzt offiziell rauskommt, ist null nachtragend und freut sich voll, weil Lego ihm irgendwie ungefragt, ähm, ein Set zuschicken möchte von dem neuen Ding. Und, ähm, ich hab dann auch für mich gedacht, naja, also, ganz ehrlich, wenn's halt schon den Designer nicht stört und der damit null Probleme hat, warum soll ich dann auch noch eine Minute länger darüber nachdenken, ob's mich stört? Ähm... Ein bisschen denke ich hier, wo kein Kläger, da kein Richter und mich jetzt hinzustellen oder als, als Lego-Fan sich jetzt hinzustellen, zu sagen, ja, das ist ja alles nur geklaut, finde ich, ähm, ein bisschen, ein bisschen einfach. Deshalb, äh, sorry für die Clickbait-Überschrift des Artikels, weil die Überschrift lautet, ist das nur geklaut? Das sagt der Lego-Ideas-Designer. Also, äh, zusammenfassend kann ich im Podcast sagen, nein, er findet nicht, dass es geklaut ist. Und ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass es geklaut ist. Ähm, ist ein Artikel, den man vielleicht lesen sollte, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ist auf jeden Fall, ich finde das, äh, fand das Interview auch total super. Ähm, hab mich auch sehr gefreut, dass er, ähm, so schnell geantwortet hat und so. Und, ähm, ich muss dazu sagen, wenn, wenn man das immer daran macht, gerade bei diesen Sachen, die bei Lego-Ideas, ähm, vorherrschen, ist ja sehr, sehr wenig, ähm, Mock-Arbeit dabei, vieles, äh, ist ja eher Mock-Arbeit nach irgendeiner Vorlage. Also, nicht nur jetzt nach einer Lego-Vorlage, sondern es ist eventuell eine reale Vorlage, eine Filmvorlage, ähm, und dann müsste man sich auch jedes Mal überlegen, ach ja, jetzt hat er sich bedient bei Jurassic Park. Was werden die, ähm, äh, die Leute, ähm, des Films wohl sagen, dass jemand basierend auf ihrem Film so eine Lego-Sache gemacht, ähm, gebaut hat? Ja, die bekommen dafür Lizenzgebühren. Also, das ist ja der Sinn. Ja, ja, nee, aber ich meine, erst mal bekommen sie keine, nur wenn's umgesetzt wird. Ach so, ja. Weißt du so, und dann, ähm, gibt's aber schon die Fotos, die Aufmerksamkeit und all sowas. Vielleicht wollten die das gar nicht. Keiner hat die gefragt im Vorfeld, ähm, ob sie das machen möchten oder so. Und erst dann entscheidet er, wenn Lego entschieden hat, sie möchten's machen, wenn die sich an den Lizenzgeber. Das ist genau die gleiche Rhetorik, die du immer wieder bei Let's Plays oder sowas findest, ähm, weil da gehört ja der Content auch den Entwicklern und die Leute, die das spielen, machen es zu ihrem eigenen, dadurch, wie sie es spielen und wie sie es kommentieren und machen daraus eine eigene Kreation für YouTube oder, ähm, einen der Streaming-Dienste, ähm, wie Twitch oder Mixer oder sonst irgendwas. Deswegen find ich das immer schwierig zu sagen, ja, er hat das kreiert, er hat das vorgeschlagen und jetzt wird es von Lego, ähm, umgesetzt. Also das fand ich damals, äh, bei dem, bei dem HQ schon ein bisschen unglücklich, weil es halt wirklich nur immer so die Kommunikation ist, wie es in den Wald reinruft, so schalt es auch wieder raus. Und? Also ich, dazu zwei Sachen. Also zum einen, ähm, glaube ich, dass so Lego-Ideas-Entwürfe immer von, ich bin da rechtlich nicht so ganz tief drin in dem Thema, aber ich schätze mal, das ist von einer Art wie Zitatrecht gedeckt, dass man sowas halt darf, weil es ja erstmal nicht kommerziell ist auf der Lego-Ideas-Plattform. Ähm, anders ist das zum Beispiel, wenn Leute, ähm, beispielsweise Anleitungen verkaufen für irgendwelche eigenen Star-Wars-UCS-Sets und so. Das, glaube ich, ist schon ein bisschen komplizierter rechtlich, aber da gilt dann halt auch, wo kein Kläger, da kein Richter und solange sich da niemand drüber aufregt, ähm, von Seiten Disney oder Lucasfilm wird da auch nichts passieren. Das andere, was ich gerne noch anmerken möchte, wo ich nicht viel zu sagen kann, weil ich mich nicht so tief in die Thematik reingefuchst habe, ähm, da suche ich gerade mal den Kommentar raus. Also es gab damals schon, genau, es gab damals schon bei der Einreichung des Jurassic-Park-Sets wohl eine gewisse Kontroverse mit, äh, Brick Queen, eine Lego-Influencerin, ähm, die damals aus, äh, Kuso, also der Vorgänger der Lego-Ideas-Plattform quasi ausgeschlossen wurde, ähm, weil, ja, ich glaube, da gab es irgendwie Streitereien genau wegen diesem Jurassic-Park-Entwurf. Allerdings kann ich euch nur sagen, das als weitere Recherche, äh, sucht euch das mal raus, ähm, Man-O-Brick hat nämlich geschrieben, googelt einfach mal nach Brick Queen und Kuso und, ähm, dann könnt ihr euch das durchlesen. Ich hab das bisher noch nicht geschafft, deshalb, äh, das nur so als, da könnt ihr euch weiter informieren, Hinweis. Ja. Ähm, dann möchte ich da noch kurz einschieben, dass ich vom guten Heinzelmännchen aka Oliver, äh, der hat sich auch noch an Lego-Ideas gewendet und hat mir dazu eine Mail geschrieben, die möchte ich noch gerne in den Artikel einbauen und das auch noch hier im Podcast. Der hat nämlich drei Fragen gestellt, ähm, darf Lego, also an Lego-Ideas hat er die Frage gestellt, darf Lego meinen Design-Entwurf, äh, nach einer gewissen Deadline benutzen, ohne mich zu bezahlen? Wie lang ist diese Deadline? Und dann haben sie gesagt, nein, ähm, machen Sie niemals. Nicht, äh, ja, also, ja, nein, machen Sie nicht. So, und dann ist mein Design geschützt und dann, ähm, wenn du dein Design an Lego-Ideas überträgst, dann gibst du deine Rechte an die Lego-Gruppe weiter, anhand, äh, oder, ja, nach den Terms of Service, ähm, die Lego-Gruppe wird das Design dann schützen gegen potenzielle Copyright-Infringements. Ähm, und darf, dritte Frage war, darf ich mein Design selber kommerzialisieren, nachdem es in der Review rejected wurde? Zum Beispiel, indem man die, ähm, Anleitung verkauft und da antwortet Lego-Ideas, dass man das nicht darf. Allerdings, wenn, äh, also die Lego-Gruppe behält erstmal die Rechte für drei Jahre. Nach diesen drei Jahren gehen die Rechte für das Modell wieder in einen zurück und man darf seine Anleitungen verkaufen. Das heißt, dass zum Beispiel jetzt, weil es ja mehr als drei Jahre her ist, ähm, der gute Designer, jetzt hab ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, wie hieß er nochmal? Sami? Sami, genau. Der dürfte jetzt zum Beispiel die Anleitung für sein Set selber verkaufen, wenn er denn wollen würde. Aber ich glaub, das will er nicht und das ist auch okay so. Mhm. Ha. Ja. Dann kommen wir zum Lego-Katalog, oder? Ja. Bestellen, bestellen, bestellen. Bitte? Bestellen, bestellen, bestellen. Ich hab grad wieder kurz den... Bestellen. Ja, kann man ja leider nicht bestellen. Also nicht den normalen Katalog zumindest, leider. Nein, nein, ich mein die Inhalte. Bin mal gespannt, wann er in Deutschland landet. Ach so. Auch gut. Ähm, nee, gestern ist relativ überraschend, würde ich sagen, ähm, hat Lego auf den eigenen Servern die alten Kataloge ausgetauscht gegen neue Kataloge. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele, ähm, neue Lego-Kataloge. Unter anderem den internationalen, also den englischen Lego-Katalog. Ähm. Ähm, und, ähm, oh, die haben das schon wieder rückgängig gemacht. Ich seh gerade, die alten Kataloge sind weg. Die neuen Kataloge sind weg, so. Ach. Das waren versehen. Wer hätte es gedacht? Zu spät, ich hab sie schon alle runtergeladen. Äh, das tut mir natürlich leid, falls ihr die euch jetzt noch anschauen wolltet. Ähm, wenn ich die jetzt hochlade, krieg ich nämlich Ärger. Ähm, aber vielleicht findet ihr die irgendwo anders. Aber gestern war das zumindest so, dass Lego unter den alten URLs tatsächlich, äh, die neuen Kataloge anstatt den alten eingebunden hat. Ich schau mal, ob es vielleicht eine neue URL gibt. Nee, bisher nicht. Ähm. Ähm, und da haben sich einige Neuheiten drin gezeigt in den Katalogen, über die ich ganz gerne mal quatschen würde, weil es jetzt, ähm, also Neuheiten habe ich in dem Artikel so definiert, dass es halt Sachen sind, die wir euch bisher nicht zeigen konnten. Also, es ist natürlich noch mehr drin, wie zum Beispiel, ähm, die neuen, ähm, Hidden Sidesets oder der Harry Potter Adventskalender und so. Aber da gab es ja schon offizielle Bilder zu. Und, ähm, ja, wir haben mal in einem Artikel rausgesucht, was es alles an neuen Kram gibt, den wir euch bisher, also wo es keine offiziellen Bilder zu gab. Mhm. Ja. Und, ähm, hast du mal durchgeschaut? Definitiv, ähm. Ähm, ich war auch überrascht, dass zum Beispiel, äh, in dem chinesischen Katalog, ähm, nochmal andere Sachen zu finden waren, ähm, als zum Beispiel im Englischen. Ähm. Ja, die Kataloge sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Ähm, das fand ich, also. Aber hast du irgendwas Besonderes Neues gefunden, auch im chinesischen? Nee, nee. Ich glaube, ich hatte den auch durchgeblendert. Ja, nee, ich war nur, ähm, über den Harry Potter, ähm, äh, Harry Potter Adventskalender gestolpert. Und hatte da, ähm, nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ob es den jetzt schon länger gab oder nicht. Deswegen hatten, hatte ich dich daraufhin mal angeschrieben. Ähm, weil ich hatte nur, ich hatte nicht im Kopf, ob das jetzt, äh, schon die, ob das schon veröffentlicht war. Ähm, aber ansonsten war jetzt da nichts, was ich noch gesehen hätte, was du nicht schon aufgelistet hättest. Okay. Also, eine der spannendsten Sachen oder der, naja, also wirklich spannend ist es nicht, aber bemerkenswert, finde ich tatsächlich Elsas Magischer Eispalast steht hier New August mit der Setnummer 43172. Und ich hab den gesehen und war auch so, hm, so new sieht der aber gar nicht aus. Und irgendwie, ähm, sind da jetzt auch keine Sachen bei, die mir nicht aus dem ersten Frozen-Film bekannt vorkommen würden. Und, ähm, ja, das Ding ist einfach ein Re-Release. Ist schon unter der Setnummer 41148 im Jahr 2017 erschienen, mittlerweile End of Life. Und ich glaube, Lego hat sich einfach gedacht, naja, jetzt bald kommt ja Frozen 2 ins Kino. Ähm, warum nicht einfach den alten, ähm, Palast nochmal rausholen und dann eine neue Setnummer veröffentlichen. Ähm, ja, Shoutouts an alle Lego-Investoren und an Lars Konrad, die das Ding 28 mal im Regal haben. Ich glaube, das hat sich bei dem jetzt nicht gelohnt. Ähm, das ist tatsächlich nicht mehr im Store verfügbar, 41. Nee, nee, das alte Produkt ist ja weg. Also, schon seit längerer Zeit, glaube ich, End of Life. Oder ich weiß nicht, wie lange, aber auf jeden Fall gibt's das nicht mehr. Ähm, bei Händlern aber, glaube ich, teilweise noch verfügbar. Ja, und kommt dann jetzt einfach nochmal komplett neu raus, aber sieht auf den Bildern exakt identisch aus, hat nur eine neue Setnummer. Naja. Krass. Etwas spannender und wahrscheinlich für den deutschen Markt so das Spannendste sind die neuen Lego-Technik-Sets, die jetzt zum ersten Mal mit, ja, quasi offiziellen Bildern, obwohl, wie offiziell das jetzt noch ist, nachdem Lego die Bilder oder die Kataloge wieder gelöscht hat, sei mal dahingestellt. Aber, ähm, ja, wir haben die Bilder ja alle im Blog, könnt ihr euch anschauen. Bilder zum Compact-Crawler-Crane, zum Car-Transporter, zum RC-Extreme-Offroader und zum Liebherr R9800. Ähm, immer mit so ein bisschen, ja, Funktionen dabei, was die Dinger können. Ich bin ja kein Technikexperte, deshalb ist jetzt jedes andere Wort zu viel, aber sie sind da, schaut euch die Bilder an. Ich finde ja diesen, ähm, mit der neuen Control-Plus-Steuerung, diesen RC-Extreme-Offroader, finde ich ja wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ja. Ich, in meinem Kopf geistert immer noch, also ich habe früher, ähm, so ein leichtes Fäbel für, ähm, RC-Fahrzeuge gehabt und hab selber auch noch einen Buggy, der so 70, 80 Sachen, äh, fährt, ähm, äh, auf Elektro-Basis, also das ist kein Benzinmotor. Da hätte ich schon irgendwie so im unterschwelligen, ähm, Gedankengang durchaus noch die Idee, wie wäre das, diesen Crawler, ähm, oder diesen Offroader, ähm, auf mein, äh, auf das Chassis meines, äh, RC-Fahrzeugs zu bauen und dem richtig durch die Gegend jagen zu lassen. Ähm, ich glaube, die Teile würden abfallen bei 80 Sachen oder spätestens nach dem ersten Sprung, aber, ähm, naja. Ja, trotzdem irgendwie, ich finde diesen, diesen Bautyp sehr, sehr cool und, ähm, der würde sehr gut auf mein Buggy-Chassis passen, glaube ich. Vielleicht geklebt. Ich bin mal gespannt. Ging jetzt. Achso, ja, geklebt wird ja sowieso viel, sind haufenweise Aufkleber dabei. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, Lego ist von dem Ding relativ überzeugt. Mhm. Oder gar nicht überzeugt, weil, also, irgendeinen Grund muss es haben, die haben an relativ viele Händler, wobei die Händler, glaube ich, den Händlern, glaube ich, jeweils mitgeteilt wurde, das wäre exklusiv und nur sie würden das kriegen, aber ich glaube, das ist Quatsch, ähm, haben die ein Review-Exemplar davon geschickt. Das ist ja eher unüblich, dass sie das an Händler verschicken, aber, ähm, ich glaube, ab Ende diesen Monats, ähm, dürfen, oder Ende nächsten Monats, nee, ich glaube, Ende diesen Monats, dürfen einige Händler Reviews dazu veröffentlichen zu diesem Set. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Lego mehr Werbung machen muss, weil das Ding Mist ist, aber ich glaube eher, dass sie, äh, davon so überzeugt sind, dass das Ding cool ist, äh, dass sie das, äh, ja, vorab halt irgendwie den Händler rausschicken wollen. Ich bin mal gespannt. Ich hätte da auch Bock drauf. Allerdings finde ich halt 230 Euro ein bisschen happig. Also, ich bin ja so ein Fahrzeug-Junkie und, ähm, deswegen hatte ich mir auch diesen, äh, Track, nee, Stunt Racer jetzt gekauft letztens. Hat hier in der letzten oder vorletzten Folge mal gesagt, ich werde den Fehler nicht nochmal tun und mir in, äh, Lego-Technik, äh, äh, teilzulegen, aber die Karre an sich ist schon geil. Also so jetzt, ähm, ich stehe auf Pickups, ich, äh, ähm, mag Motorsport, ich, äh, bin großer Freund, ähm, der Paris-Dakar und, ah, das ist schon ein geiles Teil. Also eigentlich will man das schon im Regal stehen haben als ich, aber ich werde es mir halt weder für den Preis noch für, ähm, ähm, weil es Technik ist, kaufen. Aber ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mit dem anderen Technik-Teil gestartet bin statt diesem hier. Da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran gehabt. Ja gut, aber wäre auch ein anderer Preis gewesen. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal irgendwo Probe fahren. Vielleicht kann man das mal, vielleicht ist der mal irgendwann im Lego-Store ausgestellt oder so. Dann überlege ich mir das mal. Ja, dann das große Highlight gibt's natürlich auch, den Liebherr-Bagger, aber über den hatten wir auch schon mal gequatscht. Ähm, jetzt gibt's ein paar mehr Details, glaube ich, nur so Screenshots aus der App, aber jetzt nichts Großartiges. Den würde ich gerne mal Probe fahren. Oder Probe-Baggern lassen. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, momentan ist Lego noch selber sehr damit beschäftigt, das Ding Probe zu fahren, weil der wurde ja auf Oktober verschoben. Ähm. Deshalb, ich bin mal gespannt, ob der dann funktioniert, wenn er rauskommt, weil ich glaube, diese Koordination von zwei Hubs, drei XL und vier L-Motoren, das alles so zu synchronisieren mit einer App, damit das rund läuft, ähm, bei den Digitalfähigkeiten, die Lego so hat, hm, könnte auch schwierig werden. Du bist gemein. Viel cooler finde ich das tatsächlich. Äh, zwei von den drei The Lego Movie 2 Neuheiten, die in dem Katalog aufgetaucht sind. Ich brauche das eine. 70,8 für sieben Good Morning Sparkle Babys. Ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ja, kosten schmalen Zehner, sind zwei, ähm, Sewer Babys bei, nur eben nicht mehr Sewer, sondern Sparkle. Mhm. Ähm, also sehr kitschig angemalte, bunte Kinder, ähm, Minifiguren von, äh, Wildstyle und Emmett und ein bisschen was dazu gebaut. Und als ich das gesehen habe, also das soll angeblich zehn Euro kosten. Ich hoffe, der Preis stimmt. Und ob es in Deutschland erscheint, ist eh noch, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil die Releases angeblich für den Einzelhandel gecancelt wurden. Ähm. Aber wenn das wirklich rauskommt, für zehn Euro, dann finde ich, äh, die Sewer Babys, die verkauft wurden, ein bisschen überteuert, oder? Ja, 12,99 damals. Genau, es waren 12,99 waren auch irgendwie zwei von denen, oder? Es waren, nee, es waren zwei und, ähm, eine Apokül. Ja, und zwei Minifiguren und dieses halbe Auto. Genau. Also irgendwie drei Euro teurer für etwas weniger, weil ja eben nur eine namenlose Minifigur dabei war. Genau. Ja, egal. Naja, will ich mich jetzt nicht nachträglich drüber aufregen? Keine Ahnung. Aber, aber ... Was ich viel wichtiger oder viel geiler finde, ist tatsächlich das nächste Set, ne? Sister Party Crew? Also Sister System Party Team. Ja. Ja, aber nur aus einem einzigen, also nee, aus zwei Gründen. Also einmal möchte ich hier den, äh, Disco Benny haben, mit seiner geilen Brille und dem coolen, äh, Disco Classic Space Outfit. Und? Das ist richtig geil. Und, 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 äh, den Moon Boots. Aber der Pfeifenreiniger. Was? Und den Moon Boots, der hat, äh, doppelt ... Ach so, ja. Also zweifarbige, ähm, Beine. Unbedingt muss man die haben. Double-Molded Legs wahrscheinlich hier, ja. Uh-huh. Aber was ich viel spannender finde, ist dieser Pfeifenreiniger. Da haben sich ja Leute gefragt, bei dem Film, hey, wenn das rauskommt, wie werden diese ganzen Accessoires gemacht? Dann gab's hier beim letzten Release die große Enttäuschung, dass Batman, ähm, also dieser, dieser Sparkle-Batman oder so, dass der nicht diesen krassen Umhang hat? Du hast den Film nicht gesehen, ne? Noch nicht. Okay, na, das ist kein großer Spoiler, aber, ähm, jedenfalls hat halt Unikitty diesen Pfeifenreiniger-Schal, der eben nicht aus dem Lego-Teil gebaut ist, sondern aus dem Pfeifenreiniger. Und der scheint jetzt hier beizuliegen. Und ich frag mich, gibt es dann demnächst einen offiziellen Lego-branded Pfeifenreiniger? Wird der dabei liegen wie so ein Stoffumhang? Oder ist das irgendwas anderes? Also, es spricht nichts dagegen zumindest, finde ich. Doch. Nein. Also bisher gab's sowas nicht, oder? Das wär schon neu. Aber es gibt auch Umhänge. Das wär ein neues Teil. Es gibt auch Umhänge. Ja, aber das sind, ja, aber die Umhänge sind irgendwie schon immer seit Jahren alle gleich. Und hier ist jetzt ein Pfeifenreiniger, also ich freu mich wahnsinnig auf diesen Pfeifenreiniger. Ich find das so witzig, wenn das wirklich kommt oder halt nicht, also wenn das nur Deko wäre, wär ich sauer. Also wenn die das so nach dem Motto, ja, okay, das war ein Film, wir machen, Photoshopen das jetzt hier ins Katalogbild rein, damit das cool aussieht, dann wär ich sauer. Ja. Also wenn da jetzt nicht wirklich ein Pfeifenreiniger beiliegt, dann bin ich enttäuscht. Ja, definitiv. Ja. Also das Ding soll 19,99 kosten. Ach genau, was hatte in den Kommentaren jemand angesprochen? Es scheint so, als ob zwei bedruckte Einmal-Vier-Fliesen mit einem Piano-Layout drauf sind. Ich glaube, das wär auch neu, ne? Mhm. Ich bin kein Teile-Experte, auch schon mehrfach gesagt, falls nicht, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, dass man könnte demnächst die Möglichkeit haben, ein Lego-Klavier zu bauen. Es würde mich wundern, wenn das Sticker wären, weil das sieht auf den Bildern nicht nach Stickern aus. Aber die Bilder sind auch nicht so gut, gell? Nee, ist halt alles nur aus dem Katalog weggescreenshottet. Das könnte durchaus eine Einmal-Vier-Fliese sein mit einem Aufkleber auch. Das würde, also Lego ist ja normalerweise so, dass sie Aufkleber dann nehmen, wenn sie ein Teil nicht nochmal wiederverwenden können für was anderes. Aber wenn es wirklich noch kein Piano geben sollte, dann wäre das ja total praktisch. Weil das wäre ja ein Teil, das könnte man noch in 100 folgenden Sets einbauen, weil Klavier brauchen wir immer. Aber die Aufschrift Jurassic Park braucht man zum Beispiel nicht immer, sondern nur für Jurassic Park. Also da gab es, glaube ich, mal irgendwo so eine Begründung von Lego, warum manche Sachen bedruckt sind und manche andere nicht. Naja, das dritte Set ist, finde ich, total uninteressant. Wild-Style-Starfighter, nee, wie heißt das? Wild Mayhem-Starfighter. Ja, habe ich irgendwie falsch geschrieben, muss ich gleich mal korrigieren. Wild Mayhem-Starfighter heißt es. Ist irgendwie so Starfighter, ja. Also wer wirklich von The Lego Movie 2 nicht genug kriegen kann, für den ist es vielleicht was. Ansonsten eher für 50 Euro uninteressant. Ja. Ja, und dann gibt es den, einen neuen Porsche. Ich wollte gerade sagen, den gleichen in grün, aber es ist halt der gleiche in weiß, den es schon mal in grün gab. Nein. Speed Champions 1974. Na klar. Das war kein 74er. Ey, der sieht genau gleich aus. Nein, sieht er nicht. Okay. Dann, ähm, zeig mir die Stellen, wo der nicht identisch ist. Äh, Kotflügel. Ähm, Heckflügel. Was ist der? Hä? Der, sogar der Spoiler ist der gleiche. Rick macht die Bilder nebeneinander auf. Du hast recht. Du hast recht. Es sieht einfach alles gleich aus. Du hast recht. Es mag sein, dass es kein 74er war, aber es ist ein Porsche 911 Turbo 3.0. Und jetzt, den gab es halt schon mal in grün, im Doppelpack. Und jetzt kommt er halt in weiß raus. Juhu. Du hast recht. Habe ich auch reingeschrieben. Juhu. Und ich meine das auch bitte in genau dem Tonfall. Juhu. Viel Spaß an alle Leute, die Autos mögen. Brumm, brumm. Du hast recht. Bin da da ein bisschen ein Hater. Tut mir leid. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Es ist wirklich fast alles. Nee, es ist alles komplett identisch. Sogar die Aufkleber, ne? Also andere Farbgebungen so bei den Aufklebern, aber ansonsten. Selbst die Trends clear der hinteren Heckseitenscheiben sind komplett gleich. Ich habe gedacht, da würde sich schon was ändern. Nein. Es ist einfach das gleiche Auto von grün in weiß. Ja. Ich bin ... In den Kommentaren haben sich wirklich viele Leute gefreut. Haben geschrieben, ja, sie hätten eh gefunden, dass man die Speed Champions einfach in mehreren Farben rausbringen sollte, damit Lego mehr Geld verdient. Normalerweise, wenn sowas passiert, kriegt Lego links und rechts eine rein. Leute sagen, das ist ja nur Geldmacherei. Aber kommt ein grüner Porsche noch mal in weiß raus und sagt, ja, endlich ... Ey, verstehe ich nicht. Ja, aber ich finde den auch super. Also, ich werde mir den nicht kaufen, weil kein Offroad-Fahrzeug ist. Aber ich stehe ein bisschen auf Porsche. Aber den nochmal einzeln zu haben, statt wie in dem Set mit dem 911 RSR. Ähm, was halt 40 Tacken kostet, das Sets. Ähm, bis sie hier mit 14,99 wieder bei einem Einzelpreis, was den so zum Mitnehmen wieder attraktiv macht. Was halt auch ein bisschen suggeriert ... Ich verstehe auch das total von Lego. Also, das macht ja auch voll Sinn, ne, das zu machen. Man hat irgendwie keine Entwicklungskosten, muss nur die weißen Teile raussuchen, zusammenpacken, zack, fertig. Aber dass in den Kommentaren die Leute das dann auch so feiern, wo doch sonst momentan so eine krasse Hate-Stimmung gegen Lego ist und alle immer sagen, ja, ist ja nur Geldmacherei. Aber bei einem Porsche freuen sie sich dann. Also, das kommt halt ... Es ist schon sehr selektiv, wo die Leute meckern und wo nicht. Also, ich meckere jetzt bei einem Auto. Ich weiß, es ist auch selektiv, weil ich hab's halt nicht so mit Autos. Aber, ja. Ich freu mich drauf. Ne, also, ich freu mich auch für jeden. Ich will das auch keinem schlechtreden, ne. Ganz viel Spaß mit dem weißen Porsche. Für 14,99 kann man den ruhig mal mitnehmen. Und weiß ist dann auch schon die schönere Farbe als grün. Sehe ich auch ein. Was? Findest du nicht? Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ja, okay. Okay, weiß ist auch keine Farbe, bla bla, nicht Farbe. Aber es ist halt für viele Leute die neutralere Farbe vielleicht. Ja. Ja. Dann kommen noch drei super interessante Lego Minecraft-Sets raus. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Ich bin völlig von ... Nein, das ist mein Autothema. Da hab ich ... Ich hab nichts mit Minecraft am Hut. Ich weiß nichts darüber. Ich auch nicht. Ich hab das früher mal gespielt, als es noch relativ neu war. Als es noch neu und cool war. Jetzt, wo es jeder spielt, bin ich da raus. Spielt das Gronkh eigentlich immer noch als Let's Play? In der 15.000. Folge? War nur ein Spaß. Ich weiß, wer Gronkh ist. Nee, aber es kommen drei neue Sets raus. In den Kommentaren hat auch jemand gefragt, gibt's Minecraft immer noch? Also ich weiß, dass Minecraft immer noch eine wertvolle Marke ist und dass es auch von Microsoft voll gepflegt wird. Und macht dann auch Sinn, dazu noch Merchandise rauszubringen. Aber wie gut sich das verkauft, glaub ich nicht. Es ist ja gerade ein neues Minecraft-Spiel angekündigt worden auf der E3. Also von daher ... Aha, und was macht man da? Mit Klötzchen irgendwas bauen? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hab, ist das so was wie Pokémon Go auf ... Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Also im Prinzip gehst du raus mit einer Axt und schlägst auch irgendwelche Sachen kaputt und das Ganze wird dann mit AR vervollständigt, ja? Nein, ich glaube, du gehst mit dem Handy irgendwo hin. Keine Ahnung. Glaube ich. Vielleicht musst du das auch zu Hause an deiner Konsole. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Das war Minecraft. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ja. Vor allem, ich bin jetzt total anti, ne? Also als Minecraft rauskam, hab ich Minecraft tatsächlich sehr viel gezockt. Als Pokémon Go rauskam, war ich auch drei Tage lang richtig hyped. Also ich mach so einen Scheiß ja auch immer mit, ne? Danach stelle ich mich dann immer hin und sag, oh, so ein Schwachsinn. Aber am Anfang voll dabei. Naja. Für die Lego City, ja, bin ich. Für die Lego City Fans gibt es einen schönen Adventskalender. Allerdings ist das Bild wirklich sehr, sehr verpixelt und klein. Es ist ein Kind mit einem Snowboard drin, ein Schneemann, ein Mann auf einem, hier, Schneefräsmobil. Wie heißt das? Schneefräsen? Ja, ne, so ein Ding. Ein Jet-Ski? Wie so ein Snowspeeder, nur zum Fahren. Ja, genau. Wie ein Jet-Ski, nur für Schnee. Ah, okay. Pisten, Fahrzeug, keine Ahnung. Ja, mehr kann man nicht erkennen. Es sieht ja aus, wie ein Mann mit Kamera, der in den Bäumen steht. Spannend. Aber vielleicht missinterpretiert. Ja, das hab ich nämlich auch gedacht. Hab gedacht, das ist bestimmt irgendwas anderes und ich vergucke mich da. Nee, aber das ist wirklich so, dass da einer in den Bäumen steht. Dann gibt's ja noch einen, der Curling spielt. Mit einer Kamera, der das Kind auf dem Snowboard fotografiert, oder? Also ein bisschen creepy ist das schon. Nein, der fotografiert den Schneemann. Ist das seine Ausrede? Wenn dir jemand fragt, was fotografiere ich? Den Schneemann, den Schneemann fotografiere ich. Ja, aber ich finde, es ist eine große Vielzahl an Minifiguren dabei, finde ich. Ja, und einen Weihnachtsmann ausnahmsweise mal. Ja, und eine Verkäuferin oder eine Frau mit einem Geschenkpaket, keine Ahnung, weiß nicht. Und im Hintergrund steht noch irgendjemand mit einem Besen. Nein, Curling spielt der Mann. Curling! Ja, sag ich ja mit einem Besen. Das erkennst du, dass das Curling ist? Ja, natürlich erkenne ich das. Eischock-Schießen wird hier im Winter die ganze Zeit gespielt, überall. Du wohnst an komischen Orten. Im Allgäu. Sag ich ja. Ja. Viel spannender ist der Lego Star Wars Adventskalender. Und der scheint dieses Jahr noch mal einen leichten Aufwind zu bekommen, habe ich das Gefühl. Ja, endlich wieder mal. Ja, also, obwohl man, also, okay, gehen wir gleich noch ein. Ja, also, was man sieht, sind sechs Minifiguren vorne drauf. Den Rest finde ich immer so ein bisschen egal, weil er sich eh so halb wiederholt. Aber es ist ein First Order Stormtrooper dabei, langweilig. Chewbacca, langweilig. Ähm, ein Pork mit Weihnachtsmütze, wahrscheinlich in Fach 24, wie ich Lego kenne. Auch total die dumme Idee, aber naja, gut, wer es mag. Ein Rebel Trooper, auch eher, eher langweilig. Dann aber ein Cloud Car Pilot, den viele Leute haben wollen. Und der ist momentan nur im sauteuren Cloud City Set drin. Mhm. Und als, äh, wahrscheinlich den Grund, den Adventskalender zu kaufen, ist ein alter Luke Skywalker dabei. Mit einem, äh, Fisch, der auf einem Spieß aufgespießt ist. Ähm, also, und zwar nicht der, der in dem, ähm, in dem Set mal drinne war. Diesem Training von Jedi Training. Nee, wie hieß es? Acht, Acht-Toe-Training oder so. Acht-Toe-Training. Ähm, sondern hier mit, mit einem dunklen Outfit. Mhm. Und das ist also quasi die exklusive Minifigur dieses Jahr. Und das wird wahrscheinlich dann in, äh, dem, äh, Fach 23 drin sein, weil der muss ja irgendwie Santa Pork, äh, füttern. Vielleicht. Keine Ahnung. Also, mich nervt ein bisschen, dass Lego, ähm, von diesen alten Weihnachtsfiguren weggegangen ist. Aber das sagen, glaube ich, auch schon seit vier Jahren die Leute. Also dieser, ähm, Weihnachts Darth Vader oder Weihnachts Yoda, das waren einfach ziemliche Highlights. Ähm, also vor allem der Darth Vader, den finde ich saukool. Ähm, ja, jetzt so ein Pork mit. Weihnachtsmütze. Letztes Jahr hatten sie BB-8 mit Weihnachtsmütze. Schlägt ihr die gleiche Kerbe. Letztes Jahr gab es allerdings so einen komischen, ähm, Typen im Kalender. Mist, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Äh. Ja, hab ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Moment. Wo du den im Prinzip... Sag du mal kurz deine Meinung zu dem Adventskalender, dann such ich mal, äh, raus, was da damals drin war. Ähm, mir gefällt auf jeden Fall, äh, sehr, sehr, also zumindest fand ich das sehr lustig, ähm, ähm, dass sie diesen, äh, Maus-Droiden, ähm, mit reingenommen haben. Äh, als Geschenk. Als, als, äh, verpacktes Geschenk, ähm, dir dann als Droids drum läuft. Ähm, das fand ich ganz witzig, gerade wo es jetzt dieses, ähm, 75253, äh, Boost-Droid-Commander, ähm, von Lego Star Wars geben wird. Ähm, wo ja halt auch ein Maus, äh, ähm, Droide drin ist. Ach nee, das ist gar nicht der Maus-Droide, das ist der andere, gell? Ich merke übrigens gerade, ich hab ein bisschen Mist erzählt, ne? Also BB-8 mit Nikolaus Mütze auf Snowboard war 2017 im Adventskalender. Ah. 2018 war ein Fach-24, äh, ein Schneemann mit dem Rebellenhelm von Antog Merrick. Genau. Und eben die exklusive Minifigur war Antog Merrick. Ich weiß zwar nicht mehr, wer das ist, aber ich glaub Rogue One, ne? Ich hab keine Ahnung, wer... Ich glaub, aus Rogue One kommt er. Ich hab keine Ahnung, wer der ist. Ja, aber also Old Man Luke, Old Man Luke ist schon, ähm, die schönere Figur, find ich, als exklusive Minifigur. Ja. Ja, und es war halt ein Gong-Droide, kein Maus-Droide, ähm, der dann halt um den Tannenbaum rumläuft. Find ich sehr lustig. Ja, Stone Wars, der Star-Wars-Kompetenz-Podcast. So schlimm ist das auch nicht, man wird doch nochmal rare Humanum est hier, um ein bisschen Bildung mit reinzuschleusen irgendwie. Irren ist menschlich, äh, los. Ja, irre sind, Menschen, Menschen sind irre oder so. Ja, das war der Star-Wars-Adventskalender und das war, glaub ich, auch die letzte spannende Neuheit in diesem Lego-Katalog, ehrlich gesagt. Ähm, äh... Ich weiß grad, ob ich noch was finde. Also es gibt noch irgendwie Duplo-Frozen-Sets, die fand ich jetzt nicht so super spannend. Ähm, es wird eine neue Minifiguren-Serie angekündigt für September. Ähm, das wird wahrscheinlich, surprise, surprise, äh, die Minifiguren-Serie Nummer, keine Ahnung, die normale Serie 19. Oder was ist das dann? Ich muss meine Minifiguren-Serie 19 sein, ja. Ja, dann werden halt coole neue Star-Wars-Sets für Oktober angekündigt. Ähm, es sind halt Bilder hier zu den Boost-Droiden drin, die kennen wir. Es sind Bilder zum Harry-Potter-Adventskalender drin, die kennen wir. Bilder zum Friends-Adventskalender, der ist eh jedes Jahr gleich schlecht. Entschuldigung. Ähm, Hidden-Side-Bilder sind ein bisschen drin, aber da haben wir auch schönere Bilder eigentlich schon im Blog gehabt. Ähm, ja. Ich würd sagen, das waren dann die Sachen. Also, ihr müsst jetzt nicht traurig sein, wenn ihr den Katalog nicht rechtzeitig gesehen und runtergeladen habt. Er kommt ja dann bald auch, dann bestimmt auch auf Deutsch. Ähm, und ist eh viel schöner, sich den im Laden zu holen und dann analog durchzublättern als, ähm, durch das PDF zu scrollen. Ja, das stimmt. Ähm, weißt du, was mir gerade übrigens auffällt? Was denn? Deine, äh, Aufnahme wird nicht aufgenommen. Doch, das wär super ärgerlich, ne? Es hat, ich hab eben kurz Panik gehabt, ne, weil, äh, tatsächlich mein Aufnahmeprogramm irgendeine Fehlermeldung hatte, aber es hat weiter aufgenommen. Okay. Hoffe ich jetzt zumindest mal, dass es auch fehlerfrei war, aber es hat so kurz aufgeblinkt und ich war so, oh nein. Aber es läuft. Nee, aber mir ist aufgefallen, dass wenn wir jetzt noch drei Minuten zum Verabschieden brauchen, dass es dann die längste Stonewalls-Podcast-Folge aller Zeiten war. Ja. Dann lassen wir uns jetzt ganz viel Zeit. Ah. Ich hab keine Lust mehr auf Lego, lass uns was anderes machen. Nein, Quatsch. Playmobil, Leute, kennt ihr Playmobil? Die haben coole Ghostbuster-Sets. Haben sie wirklich, vor allem günstig. Also für Ghostbusters-Fans ist Playmobil momentan echt eine Alternative, weil bei Lego kommt ja nicht so viel. Ich hätte gerne ja dieses Headquarters, aber das gibt's ja nicht mehr. Auch von Playmobil nicht mehr? Also das ist mir egal, das will ich von denen nicht haben. Ach so. Da passt mein Lego Ecto-One ja nicht rein. Also, oder doch, eigentlich eher viel mehr, sogar. Ähm, ja. Kannst du's sehen? Ich hasse dich. Ich musste eben Fotos machen, deshalb steht das da. Ich hasse dich. Danke. Nee, ich find das gut, dass du dir Fotos machst, damit du eine Erinnerung hast, wenn du es gleich an mich weiterschickst. So. So, jetzt wird David schon groß. Ja, will ich ja sofort machen, aber ich hab keine Kartons mehr hier, ne? Da, schade. Schade, verdammt. Ich kann dir Kartons schicken. Das war wieder so eine Verzögerung drin, Rick. Ich hab überhaupt nichts gehört. Ach man. Ich glaub, die Leute sind ganz traurig, weil ich hab nämlich eine Sache noch vergessen. Oh, was denn? Ähm, es gibt, äh, es gibt, äh, wieder neue Kommentare. In der letzten, äh, Woche gab es neue Rezensionen im iTunes, äh, äh, Store, wo die Leute uns nämlich, äh, immer Feedback, äh, da lassen müssen, mit fünf Sternen möglichst. Ähm, ähm, und, äh, es ist sehr, sehr lustig, was da, äh, auf, äh, ploppte. Äh, Masklin schrieb, aber nun fünf Sterne. Nun hört auf, die Rezensionen zu lesen, abonniert Stonewalls und hört den beiden zu. Unterhaltung gepaart mit Lego-News macht jede langweilige, äh, lange, langweilige Auto-Zug-Fahrradfahrt zu einer willkommenen Stunde, in Klammern Stunden, Abwechslung. Ihr seid informiert über die neuesten Lego-News und habt richtig Spaß dabei mit denen zwei. Und wenn ihr die Folge gehört habt, lasst gefälligst fünf Sterne da. Ja, es kostet euch gar nix, aber hilft dem Podcast da hinzukommen, wo ihr hingehört, zu dem Besten. Nando, Ende. Ja, vielen Dank. Ja, da hat Nando, ja, da hat Nando einfach recht. Genau so ist es nämlich. Ähm, ähm, äh, 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 unterhaltsam und informativ. Fünf Sterne von Peffi1902. Super Podcast für alle, die Lego lieben. Schöne Mischung aus Infos und humorvoller Unterhaltung. Danke und weiter so. Und jetzt mein Favorit der letzten Woche. Lego zu bauen ist wie Geburtstag haben. Joko und Klaas waren gestern ein neues Dreamteam ist auferstanden. Wann gibt es den 24-7-Dauer-Podcast von Axel der Bewerter? Axel der Bewerter finde ich schon einfach einen großartigen Namen. Ja, absolut. Also nichts gegen Nando und Päffi. Wir sind euch auch sehr dankbar für eure Fünf-Sterne-Bewertung, aber Axel der Bewerter hat halt alles richtig gemacht mit seinem Namen schon. Haben wir eigentlich schon ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen hatten, hier meine Lieblingsbewertung Top-Ebayer Fünf-Sterne-Gerne-Wieder haben wir glaube ich auch schon bekommen als Podcast. Kann man immer eigentlich machen. Generell auch, wenn man beschreiben möchte, ob man Menschen mag oder nicht, einfach sagen Top-Ebayer Fünf-Sterne-Gerne-Wieder. Gut. Damit genau, wo waren wir eigentlich? Also wir haben es in den Charts auch ein bisschen nach oben geschafft. Ich glaube, das beste Folge war irgendwie auf Platz 8 oder so und die Sendung auf, was war es, Platz 21 haben wir es mal geschafft in unserer Kategorie Spiele und Hobbys. Ja, diese Woche war nicht ganz so gut geklickt wie die Vorwoche. Da waren wir ja nochmal einen Tick höher. Dafür war die Folge sehr, sehr gut. Also das heißt unsere Die letzte Folge war furchtbar. Nein, nein, die war super. Bewertet. Nee. Ja, vielleicht. Aber grundsätzlich, also man kann sagen, nicht vergessen, schönen Grüße. Danke. Wir sind der beste Lego-Podcast in den Top 25, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind der beste Lego-Podcast von allen. Du hast mir letzte Woche ja, glaube ich, auch geschrieben, dass du halt erstaunt bist, dass wir uns mit so einem Nischenthema wie Lego eigentlich gegen die ganzen Großen so durchsetzen können. Also das heißt durchsetzen, wir sind halt, ist ja nicht so, dass wir da die Top 10 aufmischen würden oder so. Durch die großen Gaming-Formate, habe ich gesagt. Genau, ja, das meine ich ja. Also in dieser Spiele und Hobbys ist halt, da sind halt krasse Formate drin, die halt wirklich den Podcast-Markt so mitdiktieren. Deshalb haben wir uns da keine besonders einfache Kategorie ausgesucht auf iTunes. Also Sachen wie Moin Moin, der Pete-Cast, Plauschangriff, Radio Nucular, Almost Daily. Das sind halt die Leute, die einfach da die Top 10 immer dominieren, der GameStar-Podcast. Du hast immer die Sprechstunde von LeFloid mit dabei. Du hast die GameStar-Podcast immer mit dabei. Also auch viele Magazine und Zeitschriften, die man halt kennt, sind da immer wieder, du hast die ganzen Leute von den Rocket Beans, die entweder alleine oder als Rocket Beans TV Podcasts raushauen. Das ist schon eine krasse Konkurrenz, finde ich. Ja, deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns da so supportet. Das freut uns sehr. Die Hörerzahlen sind so auf einem guten Level und ich würde sagen, es geht so leicht nach oben mit der Zeit. Das ist sehr cool. Gerne immer weiter unterstützen. Am meisten unterstützt ihr uns tatsächlich, also für null Geld unterstützt ihr uns am besten durch Abonnieren auf iTunes, Bewertung schreiben auf iTunes. Ich weiß, viele Leute benutzen kein iTunes, weil, warum auch immer, weil sie Spotify benutzen oder irgendwas ganz anderes, aber iTunes ist halt so eigentlich der Podcast-Markt immer noch für viele, wo es halt wichtig ist, einfach gefunden zu werden, weil Leute irgendwie durch die Kategorien browsen und da kommt man eben nur dadurch nach oben, dass auf iTunes den Podcast Leute hören, bewerten, abonnieren und falls ihr das machen wollt, ist das sehr, sehr cool. Und wenn ihr kreativ seid, dann lesen wir auch gerne eure Bewertung in der nächsten Folge wieder vor. So, und ich glaube, Rick ist ja am Ende mit seiner Konzentration, er packt gerade einen großen Lego-Store Pick-a-Brick-Becher aus und fummelt da drin rum. Entschuldigung, ich glaube, wir können das Ende einleiten, oder? Ich dachte, das wäre schon das Ende. Ich habe nur was gesehen, was ich nicht verstanden habe, was es ist in dem Pappenbecher. Lego. Ja, es war aus Lego. Ach, Mann. Ich kriege es hier heute voll. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wenn ihr eh Lego kaufen wollt, dann findet ihr auf unserer Seite so wunderschöne Affiliate-Links. Da bekommen wir dann eine kleine Provision von den jeweiligen Händlern, wenn ihr da was kauft. Vielen, vielen Dank. Im Gegenzug weisen wir euch dafür auf die coolsten Angebote. Es ist also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wer auch immer da alles gewinnt, aber alle. Alle gewinnen, ja, tatsächlich. Alle gewinnen. Die Händler, wir, ihr, Lego, ja. Deine Mutter und deine Schwester. Die auch. Wir hören uns in der nächsten Woche, glaube ich, ganz pünktlich wieder. Mhm. Ich hab, hast du was anderes vor? Nee, ne? Nee, ich hab Podcasten vor, nächste Woche Mittwoch. Dann machen wir nächste Woche Mittwoch einen Podcast. Das ist ja ein Ding. Ja, krass. Unfassbar. Vielleicht werden wir es irgendwann wieder einen Tag vor oder nachziehen, aber noch tun wir es aktuell nicht. Nee. Hier wird nichts mit Nazi gemacht. Nichts nach. Das ist nicht mein Ding. Nee, Nazi ist ganz schlecht. Oh, Feierabend. Wirklich, Rick, es reicht. Der längste Stonewalls-Podcast ever ist vorbei. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin sage ich Tschau. Du hast aber noch nicht gesagt, dass die Leute Stonewalls auch auf Facebook folgen können, auf Twitter, auf YouTube und auf Instagram. Tschüss. Wenn, 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 äh, wenn, äh, wenn, wenn, äh, Lukas gerade schon wegläuft und ich das Ganze hier alleine für mich hab, geht mal auf teamplay.de. Da findet ihr alle Links zu meinen Accounts. Da könnt ihr mir auch folgen. Hihi. Da findet ihr auch meine Adresse, falls ihr mir was schicken wollt. Da müsst ihr nicht immer erst an den, äh, an den Lukas schicken, damit er das nicht weiterschicken muss. Ja, das war, glaube ich, um, um das für den Kollegen einfacher zu machen, der Christian, der das gemacht hat. Ja, jetzt bin ich doch nochmal zurückgekommen. Wäre cooler gewesen, wenn ich einfach weggeblieben wäre. Ja, wer, 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 das, 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 das hätte Balls geschaut. Ich schneide das am Ende einfach raus. Tschüss. Tschüss, macht's gut, habt eine schöne Woche und freut euch auf euer Lego, was ihr in dieser Woche bespielen dürft. Macht's gut, tschüssen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.